Die Richtanlänge über Funkanlagen und einheitliches Ladegerät für Elektronikgeräte, Kollege Saliba. Und es kann der Berichterstatter sprechen. Alex, bitteschön, Sie haben das Wort. Präsidentin, Exekutiv, Vizepräsident, heute ist ein großer Tag für die Verbraucher, ein großer Tag für die Umwelt. Das ist die Vergangenheit, hier die Gegenwart. Nach über zehn Jahren ist ein einheitliches Ladegerät für unterschiedliche Elektronikgeräte endlich Realität. Und das wird hoffentlich dann auch den Rest der Welt inspirieren, nachdem es in Europa eingeführt wurde. Über 100 kleine Elektronikgeräte und Ladegeräte werden in Europa allein verkauft. Vor zehn Jahren, als die Idee für ein einheitliches Ladegerät aufkam, gab es über 30 verschiedene Ladegeräte auf dem Markt. Und jetzt sprechen wir nur über Mobiltelefone. Seitdem gab es Verbraucher. Als Uta-Perser, jawohl, erheißet. Devices and Models on our market. People often replace their old phones or other electronics simply to update them with new ones or to be able to catch up with new trends. There has also been an increase in multi-device ownership and a shorter life cycle for such devices. Und es gibt auch 11.000 Tonnen von EU-Abfall, den wir dadurch jedes Jahr generieren, von weggewordenen und ungenützten Ladegeräten. Nach mehr als zwei Milliarden, die jährlich ausgegeben werden für Ladegeräte allein. Außerdem gibt es eine mangelnde Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Marken und Modellen, unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, Kosten und proprietäre Ladegeräte. Und all das führt dazu, dass man mehr kauft, auch wenn sie verloren gehen. Die Liste ist einfach zu lang. Daher ersetzen wir heute diesen Haufen an Ladegeräten mit einfach nur diesem. Die einfachsten Lösungen sind häufig die besten und die praktischsten. Eine einfache Lösung wird jedes Jahr Tausende von Tonnen von elektronischem Abfall vermeiden, wird die Verwendung älterer Geräte erleichtern, wird unnötige Kosten reduzieren und außerdem Millionen von Euros einsparen. Aus diesem Grund sind wir heute hier. Dieses einheitliche Ladegerät wird auch die Umweltauswirkungen weggeworfener und ungenützter Geräte verbessern. Und Verbraucher und Verbraucherinnen werden in der Lage sein, eine bessere Auswahl, eine nachhaltigere Auswahl zu treffen. Das einheitliche Ladegerät ist ein ungeheurer Erfolg, der allen zugutekommen wird, der Umwelt, den Verbrauchern und Verbraucherinnen und den Unternehmen. Gemeinsam mit den Schattenberichterstattern haben wir nur sechs Wochen gebraucht, um die Verhandlungen mit der Kommission und dem französischen Ratsvorsitz zu Ende zu führen. Und all das lediglich neun Monate nach Vorlage des Kommissionsvorschlags. Das ist ein großartiges Ergebnis und man sieht, dass es hier die Möglichkeit gibt für europäische Lösungen, die das Leben der Menschen zum Besseren verändern. Dennoch haben wir sehr viel mehr erreicht als nur Geschwindigkeit. Wir haben Qualität erzielt, Ehrgeiz und eine Verwendung, die auch in der Zukunft Bestand haben wird. Bis 2024 wird der europäische C-Typ für Smartphones, E-Reader, Kopfhörer, tragbare Funkanlagen, Tablets, Digitalkameras, Plattformen und Headsets, handgehaltene Videogeräte, Videokonsolen und portable Mikrofone sein. Bis 2026 wird das dann auch für Laptops gelten, einschließlich Notebooks, Hybriden, Computern und Netbooks. Die Kommission wird auch regelmäßig diese Liste neu bearbeiten und neue Produkte aufnehmen, die es heute noch gar nicht gibt oder die noch nicht im Anwendungsbereich liegen. Auch die Geschwindigkeit fürs Laden wird harmonisiert werden bei Geräten, die Schnellladevorgänge unterstützen. Auch drahtloses Laden ist eine der Prioritäten des Binnenmarktausschusses gewesen. Es war wichtig, dass wir Lösungen haben, die auch in der Zukunft Bestand haben und keine Hintertüren offen lassen. Aus diesem Grund hat die Kommission mit der Hilfe von europäischen Normungsorganisationen wird innerhalb von 24 Monaten eine angemessene Norm auch für drahtlose Technologien vorlegen. Bei neuen Produkten und Smartphones, bei diesem Kauf, werden die Menschen die Wahl haben. Sie können sich aussuchen, ob sie ein neues Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen wollen. Diese Wahl wird erleichtert durch verbessere Informationen mit einem Extra-Piktogramm und einem klar sichtbaren Etikett auf jeglicher Verpackung, sodass der Verbraucher sofort wissen kann, ob das Ladegerät enthalten ist oder nicht. Schließlich möchte ich mich bei den Berichterstattern, den Mitarbeitern und allen bedanken, die an diesem Prozess mitgearbeitet haben, um sicherzustellen, dass das gemeinsame einheitliche Ladegerät für Millionen von Verbrauchern zur Verfügung steht und dann hoffentlich in Europa und dann auch für den Rest der Welt. Ich hoffe, Sie können diese Einigung unterstützen. Vielen Dank, Herr Agus-Aliwa. Jetzt kommt im Namen der Europäischen Kommission die Vizepräsidentin Margarete Feestager zu Wort. Werte Abgeordnete, es ist mir eine große Freude, hier heute sein zu können, hier teilzunehmen an dieser Sitzung und des Abschlusses des legislativen Verfahrens zum einheitlichen Ladegerät für tragbare Elektronikgeräte. Das universelle Ladegerät, das wird das Leben der Europäerinnen und Europäer erleichtern. Man hat dann keine Schubladen mit Ladegeräten mehr. Die Kosten für die Verbraucher werden auch reduziert werden. Es wird nur noch ein Ladegerät pro alle Elektronikgeräte zu kaufen sein. Und das wird auch zu Einsparungen führen, mindestens 150 Millionen Euro jährlich. Und im Übrigen wird es auch zu einer Reduzierung von mehr als 1.000 Tonnen E-Schrott pro Jahr führen. Also bitte, ich möchte jetzt dem gesamten Europäischen Parlament danken dafür. Insbesondere natürlich dem Berichterstatter Agius Saliba aus dem Imko-Ausschuss. Dieser Bericht, die große Arbeit, die hier geleistet wurde, hat es ermöglicht, dieses Verfahren in insgesamt nur neun Monaten zum Abschluss zu bringen. Und dass jetzt die Tragweite dieser Initiative, vorgeschlagen vom Europäischen Parlament, erweitert wird, das ist eine gute Sache. Das hat wirklich die Reichweite jetzt vergrößert und geht wirklich jetzt auf alle Funkgeräte ein. Und das bringt noch mehr Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Umwelt mit sich mit. Und aus diesem Grunde begrüße ich mit Nachdruck das, was hier verfasst wurde. Die E-Reader, die Keyboards, die Computermäuse, tragbare Navigationssysteme, Earpods, Laptops, alles und andere Geräte wird auch mit eingeschlossen. Und ursprünglich waren ja auch schon viele Geräte, digitale Kameras, Headphones, Headshots, Handys, Kopfhörer, Digitalkameras und so weiter mit eingeschlossen. Auch die tragbaren Videospielkonsolen. Das ist also wirklich sehr viel. Und das Europäische Parlament hat auch einem Übergangszeitraum von 24 Monaten zugestimmt, nach Inkrafttreten für alle Geräte und 40 Monate für die Laptops. Denn dieser Übergangszeitraum, das ermöglicht es ja auch den Herstellern, ihre Lieferkette anzupassen und sich wirklich an diese Rechtsvorschrift anzupassen. Das ist ein ganz wichtiger Text, der hier zusammen ausgestaltet wurde. Das ist aber noch nicht der Schlussstein. Es wird die Ladetechnologie weiter beobachtet werden und wir werden schauen, ob hier das Leben der Verbraucher noch erleichtert werden kann, ob noch Kosten eingespart werden können, ob die Umweltleistung noch verbessert werden kann. Und damit werden wir die Reichweite dieser Richtlinie noch erweitern. Es geht auch um die weitere Entbündelung und das Laden von drahtlosen Geräten. Ich möchte dem Europäischen Parlament ganz herzlich danken dafür, dass das einheitliche Ladegerät erreicht wurde. Das zeigt wirklich, dass das Parlament daran interessiert ist, die Dinge einfacher zu gestalten. Gerade in Bezug zwischen Verbrauchern, Erzeugnissen und der Umwelt. Und das brauchen wir wirklich. Ich hoffe, das deutet auf die Zukunft hin, dass da noch mehr zu erwarten ist. Es wird noch zukünftige Schritte geben, zusammen mit dem Europäischen Parlament, damit unser tagliches Leben leichter wird und die Umwelt besser dasteht. Hand in Hand mit der Entwicklung von neuen Technologien. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Vizepräsidentin Vestager. Jetzt kommt Abgeordneter Kovacev. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Wir hoffen, die Situation für diese Abteilung ist die Erleisterung für Millionen Endverbrauch in Europa von Geräten, nicht nur von Mobiltelefonen. Wir haben lange gewartet, dass der Markt sich selbst regelt. Jetzt müssen wir handeln. Nach der Abschaffung der Roaming-Gebühren nehmen wir auch jetzt das einheitliche Ladegerät an. Das Europäische Parlament bewies noch einmal seine Fähigkeit, den Alltag der Bürger zu erleichtern. Danke an den Berichterstatter, Herr Saliba. Danke an die Kommission. Danke an alle Kollegen, die daran gearbeitet haben. Danke, dass wir diese Achse annehmen könnten. Ich wiederhole nicht noch einmal alle Ladegeräte. Das spart Kälte der Bürger. Gleichzeitig ist das für die Umwelt gut, weil die elektronischen Abfalle vermindert werden. Die Entwicklung der Technik wird auch ständig berücksichtigt, auch über die drahtlosen Ladegeräte. Wir besprechen auch die Möglichkeiten für ein einheitliches Ladegerät in allen Haushaltsbereichen. Vergessen wir nicht, dass wir mit dieser Gesetzgebung auch einen Standard für die Welt annehmen. Und ich bin überzeugt, dass viele Länder in der Welt uns folgen. Die Europäische Union hat wieder eine führende Funktion. Die Verbraucher haben die Freiheit, ob sie ihr Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen. Und auch die Verpackungen für die Geräte, auch die Hinweise auf die Verpackungen werden ganz leicht verständlich, damit die Bürger genau wissen, was sie bekommen. Noch einmal, das ist ein sehr guter Tag für die europäischen Verbraucher. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, ich möchte zunächst einmal unserem Berichterstatter Alex danken, der sich eingesetzt hat für diesen Vorschlag. Und ganz besonders dafür, dass es den Bürgern dient und nicht den Herstellern. Nach zehn Jahren haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, ein einziges Ladegerät zu haben. Und das ist hauptsächlich den Abgeordneten zu verdanken, die das im Interesse der Bürger durchgesetzt haben, selbst wenn keiner etwas davon wissen wollte. Meine erste Intervention zu diesem Thema war 2013, als Kroatien dem Parlament beigetreten ist. Meine Forschungen zeigen, dass mehr als 92,2 Prozent der Kroaten ein einziges Ladegerät begrüßen würden. Und es ist auch gut, wenn man mal sein Versprechen einhalten kann, selbst wenn das Verfahren langwierig war. Ab 2024 werden also Mobiltelefone, Tablets, Kopfhörer, Digitalkameras, E-Reader und so weiter alle das gleiche Ladegerät haben. Und dann wird das auch für Laptops und ähnliche Geräte eingeführt werden. Wir haben alle Schubladen voller Ladegeräte. Und allein auf dem EU-Markt gibt es mehr als 30 verschiedene Typen davon. Also dieser Vorschlag wird zu großen Einsparungen führen. Es wird geschätzt, dass wir mehr als zwei Milliarden Euro ausgeben für neue Ladegeräte. Und jetzt werden wir eine Wahl haben. Wir müssen sicherstellen, dass Hersteller und auch Verkäufer auch die Preise auf einem Niveau halten, dass es für die Bürger auch erschwinglich ist. Jedes Jahr werden mehr als 400 Millionen kleine Geräte in der EU verkauft. Und mehr als elf Tonnen Abfall wird dadurch produziert. Wir können nicht so tun, als hätten wir noch drei weitere Planeten. Ich möchte Sie bitten, das zu unterstützen. Frau Thun von Hohenstein, bitte. Präsident, Kommissar, Präsidentin, Kommissar, verehrte Kollegen. Man könnte sagen, ein Ladegerät, das ist eine große Sache. Aber dieses hier wird unser tagtägliches Leben auf jeden Fall stark beeinflussen. Denn große Projekte wie der gemeinschaftliche Markt bestehen aus kleinen Bausteinen. Manchmal sehr wichtigen Bausteinen. Und dieses einheitliche Ladegerät ist eines dieser wichtigen Elemente unseres Binnenmarkts. Wir wissen alle, es war nicht einfach. Es hat Zeit gebraucht. Ich habe auch eine Kampagne geführt für dieses einheitliche Ladegerät, und zwar jahrelang. Jetzt haben wir es endlich. Wir haben die Lösung gefunden, die das Leben der Verbraucher und Verbraucherinnen erleichtern wird und der Umwelt nützen wird. Es ist also an der Zeit, Dank zu sagen. Zunächst einmal dem Kommissar Thierry Breton, der politischen Mut aufgezeigt hat und ein Legislativ vorgelegt hat, nach vielen Jahren, in denen die Kommission zu geduldig zugewartet hat mit den IT-Ausrüstungsherstellern. Und wir aus dem Europäischen Parlament und die europäischen Bürger auch danken der Kommission. Wir danken auch Alexa Lieber und anderen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Dossier mitgearbeitet haben, vor allem den Schattenberichterstattern. Das Projekt ist ja eines der Teile des Binnenmarkts. Und ich danke dafür, dass Sie so gut daran gearbeitet haben und den Kommissionsvorschlag noch ehrgeiziger gestaltet haben. Wir haben es geschafft, den Anwendungsbereich zu erweitern und fast doppelt so viele Produktkategorien damit abzudecken, als ursprünglich vorgesehen. Das einheitliche Ladegerät wird jetzt einen Einfluss nehmen auf den Komfort in unserem Leben. Und was uns und Millionen anderer Bürgern wohl am wichtigsten ist, wir werden auch den Einsatz von Rohstoffen reduzieren. Es wird weniger elektronischen Abfall gegeben, ich denke Tausende, vielleicht auch Millionen von Tonnen. Und es wird unseren Mitbürgern die Gelegenheit geben, das zu tun, was hier auch herausgestellt wurde, nämlich auszuwählen, ob sie ein neues Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen wollen. Und das ist natürlich etwas, was wir alle mögen, die Auswahl. Vielen Dank. Genießen Sie es. Vielen Dank, Frau Thun. Jetzt Frau Cavazzini. Bitte sehr. Eines für alle. Ein Kabel, mit dem man alle Geräte laden kann. Und das war jahrelang der Wunsch von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern hier in der Europäischen Union. Und jetzt wird dieser Wunsch endlich Wirklichkeit. In der Zukunft müssen Sie nicht mehr drei verschiedene Kabel mitnehmen für drei verschiedene Geräte, wenn Sie auf Reisen gehen. In Zukunft haben Sie keinen Kabelsalat mehr in Ihren Schubladen. Und schon bald werden wir in der Europäischen Union 1.000 Tonnen sinnlosen Elektroschrott pro Jahr einsparen. Und so können wir Klima und Ressourcen schonen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gerade aktuell wichtiger denn je. Und das Parlament, und das hat unser Rapporteur, Herr Saliba, auch schon gesagt, hat den Kommissionsvorschlag in entscheidenden Stellen noch verbessert. Wir haben erreicht, dass noch mehr Geräte eingeschlossen sind. Denn nur so können wir wirklich von einem Universal-Ladekabel sprechen. Auch das kabellose Laden soll vereinheitlicht werden in der Zukunft. Nicht, dass hier in ein paar Jahren wieder verschiedene Standards auf dem europäischen Markt unterwegs sind. Außerdem bessere Informationen für Verbraucherinnen, damit sie nicht bei jedem Gerät ein neues Kabel dazukaufen müssen. Auf den Druck von uns Grünen hin muss die Kommission auch in der Zukunft prüfen, ob nicht Kabel und Geräte gleich komplett separat verkauft werden. Denn das wäre am allerbesten für die Umwelt. Das Parlament hat geliefert gegen zahlreiche Lobbyinteressen und für die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Europäischen Union und für das Klima. Der Weg hierher war lang, sehr lang. Das haben schon viele Kolleginnen erzählt. Seit über zehn Jahren hat die Kommission gezögert und gezaudert. Wir müssen jetzt endlich einen Zahn zulegen bei der Kreislaufwirtschaft. Bei den allen, den spannenden Initiativen, die noch in der Pipeline sind, wie bei dem Recht auf Reparatur. Der jahrelange Kampf um das einheitliche Ladekabel hat gezeigt. Freiwilligkeit bringt nicht viel. Klare Regulierung, Rechtssicherheit, Planbarkeit ist der Schlüssel, auch im Sinne der Unternehmen. Produzieren, verbrauchen und ab in den Müll. Die Wirtschaftsweise unserer Wegwerfgesellschaft führt zur Ausbeutung von Ressourcen jenseits der Grenzen unseres Planeten. Und wenn wir das nicht ändern, bräuchten wir bis 2050 drei Erden, um unseren Rohstoffhunger zu stillen. Diese lineare Wirtschaft, die heizt die Klimakrise an, die führt zur Umweltzerstörung, zu Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten. Und wir machen uns krisenanfällig und abhängig von Rohstoffimporten. Klar ist, unsere Wirtschaftsweise muss sich ändern hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Das einheitliche Ladekabel ist ein wichtiger Schritt dahin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kollegen, Herr Berichterstatter, Frau Kommissarin. Nach mehr als einem Jahrzehnt haben wir jetzt ein einheitliches Ladegerät für die kleinen Elektrogeräte in Europa erreicht. Europa hängt immer hinterher, wenn es darum geht, die Verbraucher zu schonen gegenüber den digitalen Riesenkonzernen. Das sehen wir immer wieder, wenn wir uns vergleichen mit den USA. Wir haben ja gesehen von der Leyen, Biden und die Datenzentren. Das sind natürlich Microsoft, die das dann alles bestimmen. Das sind diese berühmten Datenhubs. Datenhubs, das wurde ja auch angeprangert. Die französische Regierung hatte das ausgewählt und Europa konnte da nichts bieten. Aber jetzt nochmal dieses Ladegerät. Ja, es ist fast lächerlich, dass die Verbraucher jetzt jede Menge Kabel haben, jede Menge Ladegeräte. Und ich glaube, niemand weiß, wo er sein Handy laden kann, weil er einfach das falsche Ladegerät dabei hat. Also das hat jetzt so lange gedauert. Das ist ja inakzeptabel. Also die Hersteller haben es einfach nicht vollbracht, da ein universelles Ladegerät zu bieten. Aber man hat viel zu lange darauf warten müssen. 2009 hat der Industriekommissar die Hersteller schon darum ersucht, auf etwas Einheitliches hinzustreben. Es hat 13 Jahre gedauert. Seit mehr als zehn Jahren sagt das Europäische Parlament, die Kommission muss jetzt endlich handeln. Warum hat es denn so lange gedauert? War da nicht genug Wechselgeld im Spiel? Hat das nicht genug gebracht? Also die Industrie konnte das Ganze auf die lange Bank schieben. Und das zeigt erneut, dass das Scheitern vorbestimmt ist, wenn die Kommission so naiv ist mit dieser Autoregulierung. Das hat dann wirklich gedauert, bis man verbindliche Maßnahmen hatte. Es gab eine Veröffentlichung nach europäischem Recht zur Informationsfreiheit. Und das zeigt erneut, wie stark die Lobbykräfte aus dem Ausland sind, insbesondere aus den USA, wie stark sich das einbringt in das Entscheidungsfindungswesen in Europa. Amazon und die digitalen Riesen, die entscheiden. Das ist nicht zum ersten Mal so. Das ist wirklich ein größeres System. Man denkt, der Markt wird sich schon selbst regulieren. Das wird dann aber Jahrzehnte dauern. Und es geschieht nichts. Und es gibt noch andere Fälle. Da haben wir aber vieles flöten lassen gehen. Und das schade letztendlich unseren Ländern und den Bürgerinnen und Bürgern. Es sollte jetzt eine Lehre sein für die Zukunft. Und man sollte nicht mehr so naiv sein. Und wir sollten jetzt entscheidend vorgehen gegen die größten Ölkonzerne, wenn es notwendig ist. Vielen Dank. Jetzt Herr Slotowski, bitte sehr. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren. und auch die Erweiterung des Anwendungsbereiches, damit wir tatsächlich auch entsprechende USB-Ladegeräte haben. Natürlich muss es auch Informationen darüber geben, dass dieser oder man muss auch die Informationen weitergeben, dass dieses Ladegerät vielleicht nicht für alle Geräte ideal ist. Also wir haben da auch vorgeschlagen, dass es Diagramme geben soll für die Verbraucher. Und Sie können dann auch wählen, ob Sie ein Gerät mit Ladegerät kaufen oder ohne. Das konzentriert sich natürlich auch oder vor allem auf das Laden mit Kabel. Aber wir müssen uns auch auf das Wireless-Laden einmal konzentrieren. Wir möchten aber dem Berichterstatter danken. Herr Koneczna, bitte. Herr Koneczna, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr froh, dass wir endlich die Möglichkeit haben, diesen Kampf zu gewinnen, um ein einheitliches Ladegerät für Telefone und Elektronikgeräte. Das war kein kurzer, einfacher Kampf. Zehn Jahre lang bereits haben wir das hier versucht, im Europäischen Parlament die Kommission dazu zu bewegen. Wir haben 2014 die Richtlinie zu den Funkgeräten verabschiedet und haben vorgeschlagen, dafür zu sorgen, dass es delegierte Rechtsakte gibt, die ausreichend wären für Ladegeräte. Aber das hat nicht funktioniert. Wir wissen, wie es heute aussieht. Wir haben alte Ladegeräte, die zu nichts mehr Nutze sind, und das kostet viel. Und das ist auch sehr, sehr gefährlich für die Umwelt. Wenn die Kommission wirklich sich um die Umwelt bemühen will, dann hätte man das natürlich wie früher machen müssen. Warum ist das jetzt in jüngster Zeit geschehen? Die Kommission befürchtete, dass sie gegen die Apple-Interessen vorgehen würde oder auch dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den USA zuwiderlaufen würde. Und wir müssen uns hier verteidigen und hoffen, dass die Kommission auch die Interessen der Union verteidigen wird und der Menschen, die in der EU leben. Natürlich hätte man auch noch ein besseres Resultat haben können. Aber die Vereinheitlichung der Normen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, um das Leben unserer aller zu verbessern. Und als Schattenberichterstatterin hoffe ich, dass wir dieses Projekt auch wirklich zum Abschluss bringen. Vielen Dank. Jetzt Frau Todt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Heute sprechen wir über einen Gesetzentwurf, der schon zehn Jahre in Arbeit ist. Die Vereinheitlichung von Ladegeräten. Endlich sind wir damit am Ziel. Ich begrüße es, dass der Vorschlag auf der einen Seite die Menge an Elektronikabfall minimiert. Das ist natürlich auch wichtig für ein umweltbewusstes Europa. Und das macht auch das Leben der Verbraucher einfacher. Ich glaube, dass das Europäische Parlament und die Arbeit hier, dass dort die wichtigste Aufgabe ist, zukunftsorientierte Gesetzesentwürfe zu erlassen, die aber auch den Bürgern direkt zugutekommen. Ich wünschte, dass wir immer so effiziente und bürgernahe Entwürfe hätten. Statt ideologischen Streitereien sollten wir so ähnliche zukunftsweisende Entwürfe vorlegen, damit wir das alltägliche Leben der Bürger vereinfachen. Also wir sollten auf diesem Wege weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Herr Schwab. Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein einheitliches Ladekabel für kleine Elektrogeräte in der Europäischen Union ist mit Sicherheit eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, weil die Einheitlichkeit oder die Normierung technischer Standards den Wettbewerb auf die Stellen konzentrieren vermag, wo die Bürgerinnen und Bürger, die Nutzerinnen und Nutzer am stärksten davon profitieren und wir gleichzeitig all die positiven Nebeneffekte generieren können, die bereits beschrieben wurden. Ich freue mich sehr, dass unser Kollege Thuan Manders, der damals die Idee hatte, 2009 beim Bericht der Kollegin Weiler heute auch da ist. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, technische Standards auch dann durchzusetzen, wenn sie in der Industrie und in der Wirtschaft zu Beginn kritisiert werden. Wir haben das auch mit dem GSM-Standard in Europa geschafft vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, als wir den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt tatsächlich über die Geräte organisiert haben und nicht über die Standards, wie es damals in den USA der Fall war. Leider hat der Telekommunikationsmarkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Europa seither aber sehr viel verloren und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir dort wieder mehr Wettbewerb und auch attraktivere Märkte hinbekommen. Dazu ist sicherlich auch der heutige Bericht ein wichtiger Baustein. Deswegen herzlichen Dank an alle, die ihn unterstützen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin. Wir haben hier sehr lange darüber geredet, das haben alle ja gesagt, fast so lange, wie ich hier im Parlament Mitglied bin. Jetzt haben wir endlich ein einheitliches Ladegerät für unsere elektronischen Geräte und wir können stolz sein. Wir stehen ja oft in dieser Situation, dass das Handy kein Strom mehr hat und Akku passt nicht oder wenn wir reisen sollen, können wir keinen Platz finden für die Lader, für alle möglichen Geräte, Tablets, Kameras, Handys und so weiter. Es ist ein Dschungel von Kabel und Lader. Und jetzt bekommen wir Lightning USB-B oder wie das auch alles heißt. Jetzt bekommen wir ein Typ und das ist USB-C. Und die Verbraucher können selber wählen, ob sie ein neues Produkt kaufen wollen oder ob sie mit oder ohne Ladegerät kaufen wollen. Das wird ein leichteres Leben für die Bürger. Und das ist gut für die Umwelt und auch für unser Geldbeutel. Unser Fußabdruck in der Umwelt ist wichtig, aber wir möchten gerne elektronischer Abfall reduzieren. Wir machen hier 11.000 Tonnen weniger pro Jahr und das sind 250 Millionen Euro pro Jahr, die wir sparen können. Da können wir andere Löcher im Haushalt ausfüllen. Das ist also eine Win-Win-Situation mit diesem Gesetz. Es sind nur die sehr gierigen Firmen, die zu lange kapitalisieren können. Ja, da ist das Märchen jetzt vorbei. Auch vielen Dank an den Herrn Saliba. Das wird gut sein für die Umwelt, aber auch für die Verbraucher. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Exekutiv-Vizepräsidentin, wir haben es geschafft. Nach vielen Jahren eines Memorandums of Understanding, nachdem wir jahrelang die Kommission dazu gedrängt haben, zu agieren, haben wir es endlich geschafft. Das einheitliche Ladegerät ist ein Beispiel dafür, dass die Europäische Union das Leben der Menschen erleichtert. Keine Suche mehr nach dem richtigen Kabel und gleichzeitig auch Schutz des Planeten vor unnötigem elektronischem Abfall. Die Verbraucher und Verbraucherinnen werden die Wahl haben. Sie können ein neues Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen. Das sollte immer unser Ziel sein. Gleichzeitig sollte unsere Entscheidung heute keine zukünftige Innovation verhindern. USB sind die effizientesten Ladeformen heute, aber USB-C, aber vielleicht gibt es morgen USB-D oder eine neue Drahtlosnorm. Die europäische Rechtsetzung muss sich dynamisch anpassen und nicht Innovation unterdrücken. Die Kommission muss also sicherstellen, dass wir diesen Rechtsakt dann abändern, sobald es notwendig ist. Für heute ist das ein guter Fortschritt, aber wir müssen aufpassen, dass es uns in der Zukunft nicht zurückhält. Danke. Vielen Dank, jetzt ist die Frau von Sparrentag dran. Vielen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen, Kommissarinnen. Endlich, nach mehr als zehn Jahren des Zuwartens, Verhaltensgotizes gab es und Ähnliches, kommt jetzt endlich ein Standard für ein gemeinsames Ladegerät in der EU. Heute ist es endlich gelungen, die Interessen der Verbraucher und der Umwelt vor die Interessen der großen Tech-Unternehmen zu stellen. Und haben wir es geschafft, diese Errungenschaft zu erzielen. Es kann also Standards geben für eine nachhaltige digitale Zukunft. Warum können wir da nicht sicherstellen, dass die ganze digitale Zukunft nachhaltig ist? Von Anfang an, das richte ich an die Kollegen und an die Kommission, wir haben nicht nochmal zehn Jahre Zeit, um irgendwelche freiwillige Absprachen zu treffen, bevor wir feststellen, dass wir klare Umweltstandards brauchen für elektronische Geräte oder zum Beispiel die Datenzentren. Wir befinden uns in einer Klimakrise. Wir müssen den digitalen Wandel da wirklich in Einklang bringen mit dem Umweltproblem. Und es darf nicht von Anfang an der Umwelt geschadet werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Herr Czocka. Bitte sehr. Grazie. Danke. Wunderbar, dass wir jetzt ein einheitliches Ladegerät für Elektronikgeräte haben. Willkommen. Und das ist auch sehr gut für unsere Bürger. 13 Jahre allerdings, das ist doch inakzeptabel für ein einfaches Ladegerät. Wir müssen uns zwar darum kümmern, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass unser Europa und unser Land hier auf einem Pulverfahren sitzt. Denn Europa, das beschäftigt sich jetzt mit Ladegeräten. Aber eigentlich müsste es doch sein, dass man zwar ein Ladegerät hat, aber dabei auch nicht vergisst, auf dem Weg jetzt noch die eigentlichen Dinge außer Acht zu lassen. Das heißt, ganz konkret müssen wir achten auf das Drama, dass wir 57 Prozent der Italiener haben, die jetzt ihren Strom gar nicht bezahlen können. Heute Morgen habe ich das gesehen, so eine Rechnung. Von 383 Euro sind es jetzt 1.200 Euro. Also Sie können sich vorstellen, jegliche Familie, auch jegliches Unternehmen, in welcher Situation sich das jetzt befindet. Wir haben 3.000 Unternehmen in Italien, die vielleicht schließen müssen und Millionen von Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Wir haben in Norditalien, das ist die Lokomotive, der Motor unseres Landes. Und da gibt es das Risiko, dass dann ganz wichtige unternehmerische Tätigkeiten eingestellt werden müssen. Und aber auch die eines, also wir müssen dafür sorgen, dass es dazu gar nicht kommt. Und wir können nicht überlegen, dass wir jetzt sagen, dass wir 13 Jahre lang über ein Ladegerät reden und dabei nicht an Europa und unser Land denken. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, heute ist ein historischer Tag für Verbraucher in der Europäischen Union. Wir werden es nicht mehr so schwer haben, wenn wir unser Ladegerät vergessen oder unser Telefon upgraden. Die Einführung eines einheitlichen Ladegerätes wird nicht nur Kosten senken, sondern auch die Sicherheit und Interoperabilität von Ladegeräten verbessern und Elektronikabfall mindern. Ich begrüße die Ergebnisse der Verhandlungen, die sich auf eine Liste von Geräten konzentrieren, wie zum Beispiel Mobiltelefone oder tragbare Spielkonsolen. Sie hindern aber nicht die Innovation und die Entwicklung von neuen Lösungen für Verbraucher. Wir feiern heute das einheitliche Kabelladegerät. Wir sollten aber die Zukunft nicht vergessen. Ich denke, die Kommission sollte nur da eingreifen, wo Marktlösungen nicht existieren. Es ist wirklich auch wichtig, den Unternehmern Raum zu lassen, damit sie neue Technologien entwickeln können, damit wir unsere digitale Erfahrung auch noch verbessern können. Danke. Frau Peltier, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben zehn Jahre gewartet und immer wieder das Europäische Parlament darum ersucht, aber jetzt hat es geklappt. Es freut mich, dass wir jetzt diese Diskussion zum universalen Ladegerät abschließen können, denn das ist ja wirklich ein deutlicher Vorteil für die Verbraucher in Europa. In zwei Jahren wird da ein USBC-Ladegerät obligatorisch sein für alle Handys, aber auch, und da muss ich wirklich dem Europäischen Parlament für seinen Ehrgeiz danken, für viele andere elektronische Geräte. Und das dient den Verbrauchern, aber auch dem Planeten. In unserem kapitalistischen System ist es ja so, dass Verbrauch ohne Grenzen angeregt und angekurbelt werden. Und vieles wird ja gar nicht zum Recyceln geeignet sein. Und da haben wir immer wieder das Wachstum angekurbelt, viel zu lange. Und jetzt müssen wirklich die Unternehmen mal ihre Verantwortung schultern, damit es keine Hindernisse gibt für die Reparatur von Geräten und die Interoperabilität. Jetzt werden Milliarden erwirtschaften auf dem Rücken der Verbraucher, aber der Planet kann nicht mehr zuwarten und die Verbraucher auch nicht. Wir hoffen jetzt wirklich, dass die Verbraucher da nicht einfach nur dieses System spicken, damit die Unternehmen noch mehr Erträge einfahren. Jetzt Herr Stefanetz. Bitte sehr. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Bedeutung der Digitalisierung nimmt ständig zu und damit auch die Bedeutung der Geräte. Wir alle benutzen Handys, Laptops oder Lautsprecher. Wir alle kennen sie und kennen auch die Ladegeräte, von denen es sehr viele gibt. Wichtig ist, dass die Geräte uns dienen, unsere Leben vereinfachen. Und ich freue mich, dass ich bei der Entstehung dieser Initiative war. Und es ist wichtig, dass wir die Kosten senken und den Umweltschutz verbessern. Und das alles stellt dieser Vorschlag sicher. Wir können 11.000 Tonnen Elektroschrott jährlich einsparen. Eine gute Nachricht ist, dass die Palette der Geräte, auch Laptops umfasst, was von Anfang an der Ansatz des Europäischen Parlaments war. Wenn auch mit einer längeren Umweg-Übergangszeit. Es ist eine gute Nachricht, dass der USB-C-Anschluss innerhalb von zwei Jahren für Mobiltelefone standardisiert sein wird. Ein einheitlicher Ladekabel bedeutet nicht, dass das kabellose Laden eingeschränkt wird. Im Gegenteil, gleichzeitig wissen wir alle, dass der Bedarf an Kabelanschlüsse hier noch Jahre bestehen wird. Dieser Vorschlag ist wichtig. Deshalb zur Erleichterung der Datenverarbeitung, um Geld für Kabel zu sparen. Und auch zur Verbesserung des Umweltschutzes durch eine deutliche Verringerung des Kabelabfalls. Vielen Dank, die diese notwendigen Initiativen unterstützen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Endlich haben wir ein einheitliches Laderät, das schnell zur Realität wird. Nicht nur für Mobiltelefone, auch für Laptops, E-Books, Kameras und andere Geräte. Und dann wird man nicht mehr gemeinsam mit dem Gerät auch das Ladegerät kaufen müssen. Und zum Schluss dann unterschiedliche Ladegeräte zu Hause zu haben, die alle anders sind. Das ist eine kleine Änderung für die Verbraucher tagtäglich. Aber wir können damit 250 Millionen Euro in Europa einsparen, jedes Jahr. Und das ist sehr gut für die Nachhaltigkeit. Wir müssen überlegen, dass die Reduzierung von Elektroschrutt ungefähr sich auf 1.000 Tonnen pro Jahr belaufen wird. Also beglückwünsche ich den Berichterstatter Alexa Lieber für diesen so schnell vorgelegten Bericht. Es gibt konkrete Vorschläge, ganz konkret in bestimmten Anwendungsbereiten. Und da kann Europa auch den großen Unternehmen sich entgegenstellen für ein Ziel, das das Leben der Menschen nach für nach verbessern wird. Jetzt Herr Gotzi, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau stellvertretende Kommissionspräsidentin Margarete Festager. Auch vielen Dank an Herrn Berichterstatter Agios Saliba für die außerordentlich gute Arbeit. Endlich gesunde Menschheit und Kohärenz. Und hier haben wir damit den Beweis dafür erbracht, dass die Europäische Union etwas erwirken kann, wenn sie nur will. Das universelle Ladegerät. Wirklich eine vernünftige Entscheidung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja immer wieder Schwierigkeiten mit den Ladegeräten gehabt. Und es sind enorme Kosten durch diese Verwirrung entstanden. Auch der Elektroschrott. 11 bis 13 Millionen Tonnen sind das pro Jahr. Und jetzt haben wir wirklich eine kohärente Entscheidung getroffen. Das entspricht unserem Willen, da wirklich einen nachhaltigen Binnenmarkt für die Hersteller und die Verbraucher zu erzielen. Auch im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft. Und dass man wirklich Entscheidungsfreiheit den Verbrauchern bietet. Damit steht es auch im Einklang. Die Produkte werden nachhaltig. Deren Wiederverwendung wird angeregt. CO2-Ausstöße werden reduziert. Die technologische Innovation wird möglich gemacht. Es wird transparenter. Es gibt bessere Informationen. Und so wird auch noch das Leben der Bürgerinnen und Bürger erleichtert. Das ist genau das Europa, das wir uns wünschen. Mit konkreten Lösungen aufwarten. Mehr Chancen bieten für alle in Europa. Diese Bestimmungen zum einheitlichen Ladegerät, das ist ein Sieg für uns alle. Vielen Dank. Jetzt Herr Kolaja. Danke, Frau Präsidentin. Frau Exekutiv-Vizepräsidentin. Bitte lassen Sie mich erst einmal auf Herrn Schocker reagieren. Es ist eine Debatte zu dem einheitlichen Ladegerät. Ich glaube, dass niemand hier die Energiekrise unterschätzt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema hier. Jetzt aber zum Thema. Die komplette Harmonisierung von Lademöglichkeiten für elektronische Geräte hat bisher dazu geführt, dass es Verbraucher schwer hatten und dass Elektronikabfall hergestellt wurde. Also bisher waren die Ladegeräte inkompatibel. Und es hat natürlich jetzt auch für die Hersteller dazu bewogen, dass sie markeneigene Ladegeräte hergestellt haben. Und somit wurde dann auch beabsichtigt, dass der Ladevorgang langsamer wurde. Also die Ergebnisse des Triloges werden den Verbrauchern mehr Befugnisse an die Hand geben und auch mehr Macht über die Geräte, die sie kaufen. Eine volle Interoperabilität braucht man natürlich auch auf der anderen Seite des Kabels. Also deshalb freuen wir uns auch auf die Überarbeitung der Eco-Design-Verordnung. Danke. Jetzt Frau Mazurek, bitte. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Durch die Schaffung eines einheitlichen Ladegeräts für Geräte wie Smartphones oder Spielekonsolen, Tablets, Laptops, das ist doch ein sehr wichtiger Tag für die europäischen Verbraucher und Ende einer doch langen Debatte. Wir senden jetzt ein Signal, in dem wir dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr so viele Ladegeräte herumtragen müssen und auch nicht mehr so viel Elektroschot generieren. Jetzt wird man ein einziges Ladegerät für unterschiedliche Geräte nutzen können. Zum Beispiel wird es die Möglichkeit geben, iPhones und Laptops mit demselben Ladegerät zu laden. Und die Möglichkeit, ein Gerät ohne Ladegerät kaufen zu können, wird besonders nützlich sein. Das ist ein wichtiger Schritt daraufhin, dass es auch einen Komfort gibt für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Bisher war es so, dass man ein neues Gerät nicht kaufen konnte, ohne ein Ladegerät dazuzukaufen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir extrem viel Elektroschot produziert haben. Und ein einheitliches Ladegerät für unterschiedliche Verwender bedeutet natürlich auch eine Erleichterung in einer digitalisierten Welt. Wir müssen uns also anschauen, wie diese Richtlinie auf dem Markt umgesetzt wird. Wir müssen uns die Kosten der Verbraucher anschauen. Und dann hoffe ich, dass diese auch abgesenkt werden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und wie es bei uns allen ist, muss ich sagen, ich begrüße auch diese Einigung. Das ist wichtig für die Verbraucherrechte der Umwelt. Dafür ist es wichtig. Und es kann jetzt auch gar keine Rechtfertigung da geben, dass ein Unternehmen jetzt auch noch auf anderes Ladegerät für die Geräte beharrt. Denn das ist zu teuer für die Verbraucher und es führt zu viel Elektroschrott. Das heißt, diese Standardisierung, damit kann eine Viertelmilliarde eingespart werden. Und das kann natürlich auch ganz wichtig sein, wenn man die derzeitigen Lebenshaltungskosten sieht. Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Das ist keine Revolution. Alles, was Geld einspart für die Verbraucher, ist zu begrüßen. Wir brauchen noch mehr von sowas aus Brüssel. Da kann ich wirklich dem Europäischen Parlament nur Glückwünsche aussprechen, dass da jetzt auch E-Reader, Laptops und andere Geräte mit eingeschlossen wurden beim universellen Ladegerät. Das Entkopplung, das drahtlose Laden, das muss auch noch geklärt werden. Das ist auf jeden Fall ein guter Tag heute für die Verbraucher und für die Umwelt. Vielen Dank. Frau Kluhn, bitte. Ein einheitliches Ladegerät für tragbare Elektronikgeräte, das ist eine gute Nachricht. Es ist praktisch gedacht von der Europäischen Union und die Verbraucher können dadurch auch etwas Gutes tun für die Umwelt, indem Elektronikabfall minimiert wird und auch die Nachhaltigkeit verbessert wird. Es gibt so viele unterschiedliche Ladegeräte für unsere Geräte. Das ist natürlich frustrierend für die Verbraucher und schlechte für die Umwelt. Die Verbraucher stehen immer am Ende dieser Kette. Und es ist eine gute Nachricht für Sie, wenn Sie wissen, dass es jetzt ein einheitliches Ladegerät gibt. Und auch die Ladegeschwindigkeit wird harmonisiert werden. Und die Käufer können entscheiden, ob sie ein neues Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen. Es ist eine wichtige Entwicklung, hat zehn Jahre gedauert. Und ich danke allen, die uns zu diesem Punkt gebracht haben. Es ist auch ein wichtiges Element für unseren Binnenmarkt. Das hätte man nicht erreicht, wenn nur die Mitgliedstaaten agiert hätten. Das wäre wieder frustrierend geworden für unsere Verbraucher. Und jetzt werden die Barrieren auf dem Binnenmarkt abgebaut. Und man kann auch die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auf jeden Fall ist aber heute ein guter Tag für europäische Verbraucher. Sie brauchen jetzt nur noch ein Ladegerät für all Ihre kleinen, tragbaren Geräte. Vielen Dank. Jetzt Frau Lettau-Markisch, bitte. Danke. Seit über zehn Jahren haben wir Argumente gehört bezüglich der Risiken, die ein einheitliches Ladegerät für Innovation bedeuten würden. Das ist da eine immer wiederkehrende Idee. Aber die Art Innovation, die wir brauchen, ist ja die Innovation, die das Leben vieler verbessert und dabei noch die Grenzen unseres Planeten berücksichtigt. Diese unterschiedlichen Ladegeräte haben einfach nur zu Tonnen von Elektroschrott gefrührt und uns davon abgehalten, alte Geräte weiterzuverwenden. Und unsere Schubladen sind voll mit lauter Nutzlösen, Braten und Kabeln. Und die Industrie an sich hätte natürlich niemals ein einheitliches Ladegerät von sich aus geschaffen, sondern da musste jetzt kanalisierte Innovation erfolgen, so wie wir es getan haben im Sinne der Menschen und der Umwelt. Ab 2024 werden wir die Art Innovation haben, die wir brauchen. Ein aktualisiertes neues Ladegerät. Und die Ladegeräte werden dann neu gemacht, wenn es schnellere, innovativere Lösungen gibt. Und wir als Parlament können stolz sein, dass wir diesen Dschungel von Kabeln hinter uns lassen. Danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Herr Berichterstatter. Also, wir kommen voran in den großen Krisen, aber auch bei den kleinen Dingen. Und das ist eine kleine Sache, die das Leben unserer Bürger wirklich sehr verbessern wird. Und wir müssen ja auch auf das Stolz sein, was wir hier tun im Parlament. Es ist natürlich richtig, weniger Kabel, weniger Kosten, weniger Abfälle, größere Einsparungen, mehr Klarheit, mehr Informationen, mehr Optionen, mehr Umweltschutz. Aber das ist auch ein Zeichen dieses Parlaments an die Bürger. Denn dieses Parlament ist ambitioniert und beugt sich nicht vor dem Druck der Lobbyisten. Und wir kommen voran mit Standards, mit globalen Standards. Und das sendet auch Botschaften aus an den gesamten Planeten. Und das ist wirklich auch eine echte legislative Arbeit. Das zeigt natürlich auch, dass die Autoregulierung, die Selbstregulierung nicht funktioniert. Und dieses Parlament und dass die Kommission immer noch ambitionierter sein müssen. Denn ich habe ja auch gesehen, was der Berichterstatter an Kabeln auf seinem Tisch liegen hat. Also, ich danke auf jeden Fall dem Berichterstatter für seine Arbeit. Und diese Arbeit gibt dem Parlament auch seinen Sinn und zeigt, dass wir auch etwas erreichen können. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, wir kennen alle diesen Kabelsalat in unseren Taschen. Häuflich sind das dann unterschiedliche Ladegeräte. Das ist nicht nur eine Geldverschwendung. Es ist auch eine Rohstoffverschwendung. Und es bringt Berge an Elektroschrott. Wir haben bereits 2009, also viel früher, versucht, das zu regulieren. Aber immer, wenn wir sowas probieren, kommt die Industrie und sagt, ja, wir verstehen das, aber lass uns doch das mal auf freiwilligen Maßnahmen beruhen lassen. Aber meistens funktioniert das aber nicht freiwillig. Denn es ist nun mal das Business der Unternehmen, Geld zu verdienen und nicht umwelt- und verbraucherfreundliche Produktdesigns vorzulegen. Also sollten wir nicht naiv sein. Durch die Regulierung jetzt der einheitlichen Ladegeräte in der EU retten wir die Umwelt. Wir dienen den Verbrauchern. Und wir beenden jetzt die unterschiedlichen Ladegeräte bis Ende 2024 für Laptops. Und vielen Dank für diesen Kompromiss. Und dann bis 2026 wird es auch die Laptops betroffen. Das ist das Europäische Parlament. Wir sind auf Seiten der Verbraucher. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Endlich ist es entschieden. Und hat man jetzt deutliche Rechtsvorschriften für ein universelles Ladegericht. Man hat wirklich sehr lange darauf warten müssen. Die Europäische Kommission hat unheimlich lange gebraucht, bis man hier dem Europäischen Parlament einen Vorschlag vorgelegt hat. Ich denke noch an den Änderungsantrag aus dem Jahr 2009 von Kollege Manders. Auch die Unternehmen haben im eigenen Interesse das erst einmal nicht befürwortet. Und wir müssen doch jetzt wirklich festhalten, dass freiwillige Initiativen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Durch die Standardisierung der Ladegeräte sorgen wir jetzt für mehr Einfachheit im Leben der Verbraucher. Es gibt weniger Elektroschrott und der Markt wird weniger stark fragmentiert sein in der Europäischen Union. Daher ist es auch so wichtig, dass wir als Europäisches Parlament hier und heute Ja sagen zu diesem Ergebnis des Trilogs. Damit der Binnenmarkt wirklich gut funktioniert, braucht man gleiche Standards. Und da gibt es wirklich einen großen Mehrwert für die europäische Zusammenarbeit. Und jetzt diese Richtlinie geschaffen zu haben für das einheitliche Ladegerät, für Elektrogeräte, ist es ein wirklich hervorragendes Beispiel dafür. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herr Hittmann jetzt bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Ein einheitliches Ladegerät bedeutet auch eine Option für die Verbraucher. Denn die Verbraucher können jetzt entscheiden, ob sie ein Gerät mit oder ohne Ladegerät kaufen wollen. Es freut mich auch, dass angesichts der Tatsache, dass die technischen Lösungen überall bereitstehen werden, die Verbraucher in der Lage sein werden, ihre neuen Kopfhörer, ihre Tablets und so weiter überall aufladen können über dieses USB-C-Ladegerät. Also sie werden auch mit der gleichen Geschwindigkeit laden können mit diesen kompatiblen Ladegeräten. Es macht mich ganz besonders stolz, dass hier in diesem Saal, in diesem Haus wir eine Lösung gefunden haben, die das tägliche Leben unserer Bürger erleichtern wird. Und ich möchte allen beglückwünschen, die daran gearbeitet haben, ganz besonders dem Berichterstatter und allen anderen Abgeordneten und Kollegen von der Kommission. Vielen Dank. Herr Repasi hat das Wort. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen lieber Alex. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Pragerede das Folgende gesagt. Wenn wir über die Versorgung mit Rohstoffen reden, dann denken wir vor allem an die Herkunftsländer weit weg von Europa. Rohstoffe sind längst hier in Europa und zwar in Kabeln und in Steckern, wie Sie hier beim Kollegen Alex auf dem Tisch stehen. Wir brauchen, so sagt der Bundeskanzler Scholz, eine echte europäische Kreislaufwirtschaft. Er sprach von einem strategischen Update des Binnenmarktes. Und genau darum geht es hier beim einheitlichen Ladegerät. Geben wir all diese überflüssigen Kabel weg zum Recycling, sodass sie als wertvolle Rohstoffe zurück in den Binnenmarkt kommen. Das zeigt, wie gute Politik für unseren Binnenmarkt funktioniert. Keine falsch verstandene Wettbewerbe, der alles dem Markt überlässt, sondern klare Leitplanken einzieht. Wir brauchen einheitliche Standards und Regeln für alle, die nachhaltig sind, weil konsequent auf das Recycling notwendiger Rohstoffe ausgerichtet. Danke. Frau Exekutiv-Vizepräsidentin, liebe Kollegen, Herr Berichterstatter Saliba. Also, diese als einheitliche Ladegerät ist wirklich notwendig gewesen, nicht nur für die Verbraucher. Wir haben ja alle zu Hause ganz viele Kabel für die unterschiedlichen Geräte. Also, auch im Büro kommt es häufig vor, dass wir nicht das richtige Ladegerät finden. Diese Arbeit, die wir hier leisten, die dauerte schon zehn Jahre an und nicht alle waren damit einverstanden. Natürlich geht auch der Markt schon in die entsprechenden Rinden. Also, 80 Prozent der verkauften Geräte haben schon dieses einheitliche Ladegerät. Wir dürfen natürlich nicht die Innovation hemmen in diesem Bereich, aber wir müssen natürlich auch den Markt immer überwachen, damit die europäischen Standards auch mit der Welt mithalten können. Wir müssen in einem ständigen Dialog stehen mit der Kommission und den entsprechenden Agenturen, sowie den Herstellern, damit die Interessen der Verbraucher auch respektiert werden. Das ist eines der technischen Dossiers, die große Vorteile bringen für jeden Verbraucher. Jeder sollte wirklich auch verstehen, was wir hier heute geleistet haben und was wir diese Woche abstimmen werden und warum wir diese Abänderung der richtigen Linie unterstützen müssen und warum wir auch die Aktualisierung immer weiter beobachten müssen. Danke. Vielen Dank. Frau Mathieu, bitte. Beste, werte Kolleginnen und Kollegen, zehn Jahre lang hat es gedauert, bis dieser Weg beschritten wurde, aber jetzt ist es endlich soweit. Endlich wird ein universelles Ladegerät für Handys, Laptops, E-Reader und so weiter eingeführt. Endlich wurde es erwirkt, dass diese Schubladen mit Ladegeräten geräumt werden können. Und das ist wirklich dreifacher Gewinn. Es ist einfacher für die Verbraucher. Das ganze Leben wird leichter und der Elektroschrottberg kann reduziert werden. Für Handys, für Laptops, eine halbe Million Ladegeräte, 13.000 Tonnen dadurch können reduziert werden. Aber Kolleginnen und Kollegen, wir können ja noch viel mehr erreichen. Wir können noch viel mehr Einsparungen für die Menschen und den Planeten erwirken. Und deswegen sollten wir uns bemühen, um die Kreislaufwirtschaft, das Ökodesign, die Rechtsvorschriften in diesem Bereich, die Chance, dass etwas repariert werden kann. Das ist gut für die Menschen, gut für den Planeten und gut für unsere Volkswirtschaft. Danke. Jetzt Herr Sokorn, bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Berichterstatter, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein einheitliches Ladegerät einzuführen war nicht so einfach. Lange Zeit haben die Produzenten versucht, uns zu überzeugen, dass ein freiwilliger Ansatz ideal wäre. Ich kann mich zurückerinnern, dass Ende 2019 ich an einem Entschließungsvortrag arbeitete. Und da gab es nicht viele, die daran glaubten, dass dieses Ziel erreichbar sein würde, da so starke Lobbyarbeit dagegen unternommen wurde. Und ich bin sehr stolz zu sagen, dass dies einer der größten Siege ist für unsere Verbraucher, auch für die Umwelt. Ab 2024 wird es ein einheitliches Ladegerät geben für Mobiltelefone, Tablets, Digitalkamera, Headphones und andere elektronische Geräte. Und vor allem wird es möglich sein, ein elektronisches Gerät zu kaufen, ohne dazu ein Ladegerät zu erwerben. Es wird also die Wahl geben. Und ich möchte auch sagen, dass es nicht nur finanziell von Vorteil sein wird, sondern auch für die Umwelt. Es wird weniger Elektroabfall geben, und zwar fast 1.000 Tonnen jährlich weniger. Und damit sehen wir, dass wir uns umweltfreundlich verhalten und verantwortlich. Das ist auch im Sinne unseres Verbraucherschutzes. Frau Maldonado-Lopez. Danke schön, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Berichterstatter. Heute ist ein wichtiger Tag in der Europäischen Union. Wir werden endlich einen Text absegnen, an dem schon seit 2009 gearbeitet wird. Also das hat wirklich lange gedauert. Also seit 2009 geht es um dieses einheitliche Ladegerät. Das kann man mit Roaming vergleichen. Ich glaube, Europa war da wirklich wegweisend. Wir müssen solche Debatten weiterführen, damit die Verbraucher oder die europäischen Bürger das an ihrem täglichen Leben erleben. Damit die Bürger auch sehen, dass dieses einheitliche Ladegerät etwas Wichtiges ist, auch für die Integration. Und es geht auch um die Kreislaufwirtschaft. Also diese Ambition, die man hat, damit wir grüner werden. Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass die Verbraucher dafür bezahlen, da unterschiedliche Ladegeräte haben zu müssen. Also die EU muss da wirklich auch mutiger sein. Und die Kommission sollte auch in der Lage sein, das weiter verfolgen zu können. Danke. Jetzt Herr Eroglu, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin Westhager, sehr geehrte Kollegen, Kolleginnen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauer und liebe Zuschauerinnen auch an den Fernsehsendern zu Hause. Wir legen heute den USB-C-Standard fest als Ladekabel, nicht nur für Smartphones, sondern auch für Weitergeräte, wie zum Beispiel Tablets und e-Geräte. Das ist eine Kleinigkeit, aber mit sehr, sehr großen Auswirkungen. Über 100 Millionen Euro, die nicht mehr unnütz konsumiert werden. Über 100.000 Müll, die nicht mehr hergestellt werden müssen, um die Umwelt so schön zu schonen. Und aber auch eine Effizienz für die Wirtschaft, die das hergibt, die die Preise senken werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich freue mich sehr, dass wir das hier als Parlament schaffen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das in so kurzer Zeit mit der neuen Mehrheit in Kommission und Parlament hinbekommen. Und die zehn Jahre, die hier von vielen Kollegen in den Raum geschafft werden. Man muss sagen, manchmal brauchen auch gute Dinge eine politische Mehrheit. Diese politische Mehrheit für mehr Realpolitik in diesem Parlament haben wir jetzt. Und Frau Kommissarin, lassen Sie uns mit dieser Mehrheit weiter das Leben der Menschen in der Europäischen Union verbessern. Vielen Dank. Danke. Das Wort hat Herr Kormo. Bitte schön. Danke, Frau Präsidentin. Frau Kommissarin, verehrte Kollegen, liebe Freunde. Wir sind alle sehr zufrieden, dass wir jetzt sagen können, wir haben einen großen Sieg errungen mit dieser Ladegerätgeschichte. Zwölf Jahre zwar, aber trotzdem Glückwunsch. Was ich doch sagen wollte, dieses Ladegerät darf natürlich nicht der Baum sein, vor dem man den ganzen Wald plötzlich nicht mehr sieht, in den digitalen Zeiten, wie sie heute vonstatten gehen. Wir müssen uns in den nächsten Wochen und Monaten digital nachhaltig aufstellen. Das ist bisher nicht der Fall. Und diese Beispiele von Massen, von Drahten, von Ladengeräten, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und unter dieser Spitze gibt es ungeheuer vieles im Bereich Digitales, das nicht sichtbar ist und was natürlich auch die Umwelt belastet. Daran müssen wir auch arbeiten. Es geht auch um unsere Grundrechte. Und die Europäische Union muss hier innovativ vorgehen, um ein digitales Wirtschaftsmodell vorzulegen, das auch die Umwelt achtet und nicht noch einmal 15 Jahre brauchen, um dieses Problem zu lösen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Als ich 2009 diesen Vorschlag machte, wurde ich von meinen Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt ernst genommen. Und ich hätte mir kaum vorstellen können, dass im Jahr 2022 das jetzt in den Medien als erste Nachricht gebracht wird, heute. Und die Sender melden das heute überall. Endlich ist es jetzt Wirklichkeit geworden, der Beschluss zum universellen Ladegerät. Und es wird in ein paar Jahren eingeführt. Aber warum dauert denn alles so lange? Warum hat es so unglaublich lange gedauert? Und da hätte ich noch ein paar Fragen, die ich mir stelle und die ich Ihnen stellen möchte. Vor allen Dingen zwei an der Zahl. Auf der einen Seite die Rechtsvorschriften. Aber die Umsetzung, die Kontrolle des Ganzen. Wie sieht es mit den Konzernen aus? Haben die nicht zu viel Einfluss, zu viel Macht? Oder hat die Europäische Kommission zu wenig Macht? Denn 2011, da wurde es ja schon angenommen, einstimmig. Dann hätte das doch schon eigentlich zu einer Tatsache werden sollen. Und dann noch eine zweite wichtige Lehre, die ich hier ziehen möchte. Wir in Europa sollten uns viel mehr auseinandersetzen mit Themen, die die Bürgerinnen wirklich betreffen, die sie erkennen. Denn sonst wird es eben heute nicht in allen Medien gemeldet werden. Die Rohstoffe in Europa behalten, das ist wichtig. Und die Batterieverordnung, Frau Kommissarin, Rohstoffe. Da wurde ein Verbot im EnWi-Ausschuss abgelehnt, dass Batterien ausgeführt werden. Das kann ich gar nicht verstehen. Darüber sollte diskutiert werden. Vielen Dank. Jetzt Frau Grappini. Frau Kommissarin, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen. Die Bürger erwarten konkrete Dinge. Und heute können wir zeigen, gemeinsam das Parlament, die Kommission und der Rat, dass wir den Bürgern etwas Konkretes bieten, nämlich Einsparungen. Die Bürger haben sich wirklich gefreut, als man die Roaming-Regeln eingeführt hat. Also der Bürger hat dann wirklich gespürt, dass das etwas Konkretes ist. Und das passiert jetzt auch mit dem Ladegerät. Natürlich hat man schon gesagt, dass man Geld einspart, Abfall einspart. Und natürlich auch vor dem Binnenmarkt, denke ich, Frau Kommissarin, eher an die Bürger. Also ich weiß nicht, wie viele Ladegeräte ich zu Hause habe. Und dann weiß ich nie, welches Ladegerät jetzt zum Telefon passt. Natürlich ist das etwas Gutes. Aber ich möchte, Frau Kommissarin, dass wir so weitermachen. Also die Digitalisierung geht ja weiter. Und wir müssen auch diese Richtlinien noch ergänzen. Also dass wir wirklich auch Schritt halten. Denn die Dinge schreiten sehr schnell voran. Und wir sprechen ja über diese Abänderung schon seit über zehn Jahren. Wir müssen also auf jeden Fall schneller agieren. Wir müssen auch dem Bürger konkret zeigen, was wir für die Verbraucher tun. Nicht nur den Schutz der Qualität, sondern auch wirklich auch der Schutz des Geldes der Steuerzahler. Und ich bin überzeugt, dass das auch heute abgestimmt werden wird, dieser Erfolg. Ja, vielen Dank. Frau Wautmanns, jetzt bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen. Endlich, muss man sagen, endlich, nach dem ersten Aufruf, kann es jetzt mit grünem Licht beschieden werden, dass das universelle Ladegerät kommt. Wir wissen es alle, wir haben es immer wieder gesagt, gut für die Verbraucher, gut für das Portemonnaie der Verbraucher und gut für die Umwelt. Und endlich nicht mehr diese ganzen Schubladen voller Kabel. Und wenn man dann sucht, da findet man nie das Richtige. Liegt da alles rum. Aber das muss ich sagen, das sind Stapel mit Kabel. Und endlich können wir damit aufhören. Das ist wirklich notwendig. Und im ersten Quartal dieses Jahres wurden 311 Millionen Handys verkauft. Jedes Gerät mit einem eigenen Ladegerät. Und das wird dann jetzt vorbei sein. Der Verbraucher kann entscheiden, ob er ein Gerät mit Kabel oder ohne kauft. Und im Übrigen wirklich der Umweltvorteil. Ganz eindeutig. Sarah hat es auch schon gesagt. 13.000 Tonnen Elektroschrott von ungenutzten Kabeln. Das kann alles vermieden werden. Werte Kolleginnen und Kollegen. Aber ich möchte doch auch noch etwas ganz ehrlich sagen. Es ist echt zu langsam. 2024 wird es eingeführt werden. Ich würde begrüßen, dass es heute eingeführt werden würde. Und ich glaube, es hat auch jemand anders schon gefragt. Liegt es an zu viel Macht der Industrie oder an zu wenig Macht in Europa? Frau Kommissarin, ich kann nur sagen, könnte man da nicht noch ein bisschen Druck ausüben, damit das Ganze etwas schneller geht. Damit ganz schnell das so notwendige universelle Ladegerät bei uns allen im Schrank liegt. Vielen Dank. Jetzt Herr Gallin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Als die EU oder als die Idee von einem einheitlichen Ladekabel vor über zehn Jahren zum ersten Mal kam, da haben viele gelacht. Und heute beschließen wir genau das. Und das ist ein Riesenerfolg, weil wir zeigen, wer zuletzt lacht, ist die, die das Gesetz macht. Die EU setzt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger durch gegen die Marktmacht der Tech-Giganten mit Gesetzen, die den Geldbeutel und die Umwelt schonen. Das ist ein Fortschritt, weil wir Millionen von Ladekabeln einsparen. Aber nicht nur das. Wir sorgen dafür, dass jedes funktionierende Handy, jede Kamera auch in 15 oder 20 Jahren noch nutzbar ist und nicht nur wegen eines verlorenen Kabels zu Müll wird. Mit diesem Gesetz retten wir Geräte vor dem Tod auf der Müllkippe und kommen einen riesigen Schritt näher hin zu einer Kreislaufwirtschaft, die die Ressourcen verantwortungsvoll nutzt und irgendwann keinen Müll mehr produziert und die die Menschen vor Profite stellt. Vielen Dank. Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen, der Micro-USB dieses Ladegerätes ist eine große EU-Erfolgsgeschichte und viele nichtkompatible Ladegeräte wurden in einer Anzahl von 30 auf 3 reduziert. Das haben wir heute Morgen gehört. Das ist wichtig bei der Vermeidung von Elektronikabfall und bei der Erleichterung unseres Lebens. Und das ist der Verbraucher. Aber wir sind hier noch nicht fertig in Richtung auf ein einheitliches Ladegerät. Diese Richtlinie wird dafür sorgen, dass USB-C Ladegeräte für Telefone, Videospiele, Konsolen und andere Gadgets bis 2024 gleich sein werden. Vor allem wird es für alle Hersteller gelten, einschließlich Apple. Diese Richtlinie unterstreicht das Engagement der EU für die Nachhaltigkeit bei der Reduzierung des jährlichen Elektroschrotts um etwa 11.000 Tonnen. Das ist ein direktes Verlangen der Bürger aus der Konferenz zur Zukunft Europas bei der Reduzierung auch des Verbrauchs. Wir sind hier. Wir hören zu. Es wird das tagtägliche Leben der Konsumenten erleichtern. Und es ist ein konkretes Beispiel für einen praktischen, positiven Wandel, den unsere Umwelt so dringend benötigt. Glückwunsch, Alex. Vielen Dank. Jetzt Frau Kumpula-Natri. Ja, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Berichterstatter. Ich bin unheimlich stolz auf uns alle. Endlich wurden da ganz viele konkrete Schritte ergriffen, damit es fairer und kompatibler wird. Und USB-C, einheitliche Ladegeräte, das ist wirklich ein guter Schritt. Endlich ergriffen. Nach zehn Jahren der Lobbyarbeit, jetzt ist es deutlich geworden, was wir im Europäischen Parlament wollten. So kann eine Nachhaltigkeit von elektronischen Erzeugnissen näher gebracht werden. Und haben wir erreicht, was wir wollten. Und jetzt müssen aber leider noch drei Jahre zugewartet werden, bis es in den Läden liegt. Und das ist die Frist. Und dem Parlament ist es gelungen, die Laptops hinzuzufügen. Das kommt dann 2026 auch mit hinein. Und das ist die Hinzufügung dieser sechs Geräte. Das war wirklich gute Arbeit. Und 14 Produktkategorien kommen dann insgesamt in den Genuss dieses einheitlichen USB-C-Ladegeräts. Ja, die Ladegeschwindigkeit, das ist wirklich schwierig, dass das nicht gelungen ist. Und jetzt werden wirklich Ressourcen verschwindet. Das braucht man noch. Wir brauchen auch die nächsten Schritte. Es wird mir immer wieder gemeldet. Wir haben kein einheitliches Zahlungssystem. Also vielleicht sollten wir noch darüber nachdenken, dass wir das Leben der Verbraucher dort auch erleichtern können. Vielen Dank. Jetzt Frau Cavaglio. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Wir haben ein einheitliches Ladegerät für Handys und kleine und mittelgroße tragbare Geräte, Spielekonsolen, Keyboards und Navigationssysteme. Das klingt einfach, aber es hat jetzt mehr als zehn Jahre gedauert. Das Europäische Parlament und der entsprechende Ausschuss hat sich lange damit befasst. Wir haben unsere Ziele erreicht und Verbraucher werden auf diese Weise Geld sparen und werden auch es einfacher haben. So wie auch eine Reduzierung des Elektronikabfalls, der dadurch eintreten wird. Also da sehen wir auch die regulatorische Rolle. Diese Marktfragmentierung und diese Müllverschwendung würde ohne unseren Einsatz weitergehen. Danke. Jetzt Herr Zdechowski, bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir leben ja auch, es gibt ja auch Länder in der Nachbarschaft der EU und da gibt es eine wichtige Debatte zum einheitlichen Ladegerät, damit wir Mobiltelefone laden können. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir für die Bürger diejenigen Themen behandeln, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen für sie. Und indem wir diese einheitlichen Ladegeräte annehmen, müssen wir jetzt auf andere, wichtigere Themen zugehen, die noch kritischer sind. Danke. Danke schön, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin. Ich glaube, heute ist ein Tag, an dem die europäischen Bürger etwas mehr an uns glauben werden. Also häufig haben Sie das Gefühl, dass wir etwas zu weit entfernt von Ihnen sind. Aber jetzt geht es um etwas, was Sie in Ihrem täglichen Leben betrifft. Es geht um ein einheitliches Ladegerät für Mobiltelefone. Es hat natürlich lange gedauert. Wir haben jahrelang verschiedene Kabel suchen müssen für die verschiedenen Geräte. Und jetzt werden wir ein einheitliches Ladegerät haben für jegliches Mobiltelefon. Auch für Digitalkameras, für Kopfhörer und andere Geräte. Es geht nicht nur darum, Müll zu vermeiden, sondern auch Kosten. Und das ist etwas, was allen Bürgern zugutekommt. Sie werden dann auch Telefone mit oder ohne Ladegerät kaufen können. Es ist auch wirklich etwas Vernünftiges. Also diese Initiative zeigt, dass dieses Parlament dazu beiträgt, ein höheres Wohlergehen zu schaffen für unsere Bürger. Das ist ein Weg, den wir nicht verlassen sollten. Danke. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Der Fortschritt zeigt sich bei kritischen Veränderungen für unsere Bürger. Und heute haben wir die Verabschiedung des einheitlichen Ladegeräts für Computerspiele und Geräte, einschließlich der Appegeräte ab 2024. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung auf die Herstellung nachhaltiger Produkte als Regel und nicht als Ausnahme. Über zehn Jahre waren dafür notwendig, bis wir zu diesem wichtigen Erfolg gekommen sind. Aber Sie werden begreifen, alle hier und sicher auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Bürger und Bürgerinnen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben, weder der Umwelt zuliebe noch auch der Wirtschaft zuliebe. Wir brauchen nachhaltige Produkte, die im ITRE-Ausschuss vorgestellt werden. Und das ist ein Weg in Richtung auf nachhaltige Produkte, die hergestellt werden, wieder erneut verwendet werden und recycelt werden. Mit der heutigen Entscheidung zum einheitlichen Ladegerät gehen wir auch gegen die 11.000 Tonnen Elektroschrott vor. Hauptsache, wir brauchen jetzt nicht noch einmal 15 Jahre, um hier weiterzukommen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Tarabella. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kollegen. Es hat zehn Jahre gedauert, aber letztendlich hat es geklappt. Endlich ein universelles Ladegerät. Und jetzt sollten wir das Ganze uns nicht vermasseln. Und vor fünf Jahren hat das Roaming dann endlich aufgehört, die hohen Telefonkosten. Und damit sind die Rechnungen ja kleiner geworden. Wir müssen uns stark machen für die Rechte der Verbraucher in Europa. Und es geht hier auch um einen Sieg für die Umwelt. Und 54 Handys pro Sekunde werden in der Welt verkauft, über eine Milliarde jährlich. Und das sind natürlich jede Menge Schrottberge. Und wir haben ja alle zu Hause eine ganze Schublade von Ladegeräten, die zu nichts mehr dienen. Und deswegen Glückwünsche an den Kollegen Agios Saliba und alle, die mitverhandelt haben. Das ist ein toller Sieg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist wirklich eine positive Entwicklung. Die Leute werden verstehen, dass sie Geld sparen können und auch nicht mehr so viel Müll rumfahren haben zu Hause. Also das musste auch wirklich angegangen werden. Die Menschen haben auch das einheitliche Ladegerät begrüßt, weil sie den Konsumerismus nicht mehr wollen. Also sie wollen dieses zerstörerische Verhalten nicht mehr tolerieren, was über die Grenzen des Planeten hinausgeht. Wir brauchen aber auch ein Right to Repair bis 2030. Und auch die Lebensmittelverschwendung muss eingedämmt werden. Also wir möchten die Kommission aufrufen, Ziele vorzugeben, damit die Fußabdrücke bis 2030 reduziert werden. Und bis 2050 auch die Grenzen des Planeten eingehalten werden. Das ist wirklich etwas, wo die Kommission agieren muss. Danke. Jetzt die Exekutiv-Vizepräsidentin Frau Westerjero, bitte. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für diese Aussprache. Natürlich haben wir uns hier ein bisschen gewunden in dieser Situation hin und her, jetzt auch mit Krieg vor der Tür, die Energiekrise, die Sorgen der Familien sehr groß machen. Können wir unsere Rechnungen noch bezahlen? Die Lebenshaltungskosten, die Umweltdringlichkeit, all das geht vor. Aber diese Aussprache hier im Parlament zeigt, dass das Parlament darauf beharrt, auf der Seite der Bürger zu stehen und auch gegen das Konzernsystem vorzugehen, um sie dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Und ich denke, das ist doch eine gute Sache und das ist nicht nur ein Symbol, sondern hier wird es einen wahren Wandel geben im Leben der Menschen. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt alles digital machen, dass es auch im weitesten Sinne nachhaltig sein muss. Wir können gegen den Klimawandel nur mit dem Einsatz digitaler Technologie vorgehen und alles Digitale muss grün sein. Der Schritt, der heute unternommen wird, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Denn es zeigt auf, dass es möglich ist. Und es ist auch Teil des Aufbaus der Recyclingindustrie, die so wichtig ist. Es ist mir wirklich eine große Freude, heute hier zu sein und ich beglückwünsche das Parlament zu diesem wichtigen Schritt. Danke an alle, die sich eingebracht haben. Vielen Dank. Und jetzt erteile ich dem Berichterstatter das Wort, Herrn Saliba, für seine Abschlussbemerkungen. Ja, ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die Aussprache heute. Diese Aussprache zeigt, dass wir wirklich durchhalten im Europäischen Parlament. Zehn Jahre lang haben wir uns immer wieder dafür stark gemacht, an Dinge geglaubt, für die wir uns einsetzen. Und dieses Europäische Parlament glaubt wirklich an die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher, an die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, damit die wirklich hier das Beste erhalten, wenn sie andere Zeugnisse erwerben. Das ist wirklich, was man tatsächlich spürt als Verbraucher. Und dieses Ergebnis, damit kann man etwas anfangen. Und wir haben natürlich lange jetzt über dieses Prinzip gesprochen, insgesamt zehn Jahre lang, und haben im Ausschuss auch hart daran gearbeitet. Aber es ist uns wirklich gelungen, da die Verhandlungen zu einem guten Ende zu führen und schlussendlich da auch zu einer Einigung zu gelangen. Das hat dann nur sechs Wochen gedauert in dieser letzten Phase. Da hat sich bei der Kommission dann auch etwas getan. Und schlussendlich wurde noch eine Liste von Erzeugnissen hinzugefügt, die auch dann von einem einheitlichen Ladegerät werden profitieren können. Laptops sind zum Beispiel hinzugefügt worden. Das wird wirklich das Leben der Bürger nachhaltig verändern. Es geht auch um Zukunftstechnologien, und die werden unser Leben noch stärker bestimmen. Auch die werden schlussendlich mit aufgegriffen werden für diesen Markt von Ladegeräten. Da werden auch die drahtlosen Ladegeräte in Zukunft dazu zählen. Es geht natürlich heute angesichts des Krieges um eine Wirtschaftskrise, die wir zu spüren haben. Es ist auch eine soziale Krise, das wirkt sich auf die Leute aus in Europa. Aber das ist jetzt wirklich etwas, was man zu spüren bekommt. Diese Errungenschaft, das wird den Bürgerinnen und Bürgern helfen. 250 Millionen Euro werden quasi in den Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger bleiben können. Und das verbessert doch das Leben der Bürger. Und das verbessert schließlich auch die Qualität der Umwelt. 11.000 Tonnen Elektroschrott können eingespart werden. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass wir hier alle mit einer Stimme sprechen konnten. Ich danke dem Berichterstatter, den Rednern und Rednerinnen für diese schöne Aussprache. Es war wirklich schön zu sehen, wie dieses Parlament sich einbringt, um die Fragen zu lösen, die die Bürger beschäftigen. Damit ist die Aussprache beendet. Die Abstimmung findet heute statt. Ich danke dem Berichterstatter, den Rednern und Rednern und Rednern und Rednern. Guten Tag. Als nächstes auf der Tagesordnung haben wir den Bericht von Kollegin Langensiepen zu Accessible EU-Zentrum. Ich möchte zunächst einmal der Berichterstatterin das Wort erteilen für vier Minuten. Ich warte auf die Kommission. Ich warte auf die Kommission. Okay. First, are we ready? Congratulations from my side. Glückwunsch von meiner Seite. Die Zukunft ist erreichbar, weil die Gegenwart es nicht ist. Frau Präsidentin, Herr Kommissar Breton. Ich suche Herrn Breton, denn er ist eigentlich verantwortlich. Es ist nämlich ein Imco-Dossier. Aber es freut mich natürlich auch, wenn die Kommissarin Helena Daly heute da ist. Es ist natürlich ein großes Thema, wenn es um die Barrierefreiheit geht. Die Verhandlungen waren ein großer Erfolg. Und deshalb möchte ich allen denen danken, die sich wirklich engagiert haben für diesen Eigeninitiativbericht und den in die Wahrheit oder in die Wirklichkeit geführt haben. Ich danke auch allen Berichterstattern und Schattenberichterstattern aus den Fraktionen. Es geht um die technischen Standards für die Barrierefreiheit, wie zum Beispiel den European Accessibility Act, die Accessibility-Richtlinie und dann die audiovisionellen Medien, elektronische Kommunikation und die technischen Besonderheiten für Bahnhöfe und Fahrzeuge. Dann die öffentliche Vergabe, dann Barrierefreiheitsfragen müssen hierbei auch berücksichtigt werden. Es gibt da eine ganze Reihe von Gesetzgebungen, die aber auf nationaler Ebene noch nicht zufriedenstellend umgesetzt wurden. Es gibt da qualifizierte Experten auf nationaler Ebene, die Wirtschaftsbeteiligten sowie auch die lokalen Gebietskörperschaften sollten in der Lage sein, diese Standards und Vorgaben umzusetzen. Wir möchten das also konkretisieren. Diese Aufgabe bündeln im Accessible EU-Zentrum. Das Ziel ist es, zu harmonisieren, was es da an Inklusionsideen in Europa gibt und in den Mitgliedstaaten und die verschiedenen Geschwindigkeiten bei der Umsetzung von bestehender Gesetzgebung zu harmonisieren durch Transfer von Kenntnissen. Wir brauchen entsprechende Programme, mehr Expertise bei der Barrierefreiheit. Wir müssen auch die Koordinierung und die Zusammenarbeit stärken auf allen Ebenen und mit allen Stakeholdern, die wirklich auch nachhaltig und langfristig die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung bereitstellen. Die EU-Strategie für Rechte von Menschen mit Behinderung von 2021 bis 2030 hat ein solches Zentrum ins Auge gefasst. Und das versuchen wir jetzt mit dieser Flaggschiff-Initiative umzusetzen. Es wird ein Mehrwert sein, nur dann aber, wenn dieses Zentrum auch eine zielgerichtete Unterstützung anbietet für die Mitgliedstaaten, für die Umsetzung der Barrierefreiheitsregelungen und wenn auch die Barrierefreiheitsgesetzgebung entsprechend aktualisiert wird. Das muss natürlich auch mit den entsprechenden Ressourcen beim Personal und bei den Finanzen einhergehen. Und auch die Mitgliedstaaten müssen dabei mitmachen. Dieses Accessible-EU-Zentrum sollte auch eine entsprechende Struktur haben, ein Sekretariat, ein Forum und eine Reihe von Untergruppen mit Experten. Also nichts über uns ohne uns. Und es sollte wirklich ein Hub werden für den Austausch von Kenntnissen über Inklusion. Dieser Austausch muss auch Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen berücksichtigen. Also die Menschen mit Behinderung sollten auch die Politik entsprechend beeinflussen können und auch die Standardisierungsverfahren durch dieses Zentrums. Noch einmal vielen Dank an all meine Kollegen. Ich werde jetzt Ihren Reden zuhören und ich freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, Helena Daly, und natürlich auch Herrn Kommissar Breton. Vielen Dank. Ich danke der Berichterstatterin Katrin Langensiepen und damit erhält Kommissarin Daly das Wort. Bitte schön. Danke, Frau Präsidentin. Verehrte Abgeordnete, ich muss anerkennen, dass diese Institution der Barrierefreiheit so große Bedeutung beimisst. Ich danke Berichterstatterin Langensiepen für ihre gute Arbeit an diesem Thema und dem gesamten Imko-Ausschuss für die starke Unterstützung dieses Berichts. Der Bericht zu Accessible EU bestätigt die Notwendigkeit, Barrieren abzubauen für Menschen mit Behinderungen und dass die Barrierefreiheit verbessert werden muss in der physischen und virtuellen Umwelt. Das sind auch Verpflichtungen für die EU, Verpflichtungen der Mitgliedstaaten als Parteien des UN-Übereinkommens zu Menschen mit Behinderungen. Die Accessible EU, wie wir es schaffen, wird mit vielen dieser wichtigen Themen umgehen, ebenso wie die Lösung, die Sie vorgeschlagen haben in Ihrem Bericht. Die Strategie für die Menschen mit Behinderungen bestätigt, dass die Europäische Kommission der Barrierefreiheit große Bedeutung beimisst. Barrierefreiheit macht es möglich, Rechte wahrzunehmen, autonom zu sein, Gleichheit zu haben. Es ist eine Voraussetzung für die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf gleicher Ebene mit anderen in einer Gesellschaft, ebenso wie an unserer Demokratie. Mit EU Accessibility werden wir unsere Bemühungen noch verstärken. Wir haben wichtige Legislativinstrumente zur Barrierefreiheit an der Hand. Accessible EU wird ein europäisches Ressourcenzentrum sein für die Verbesserung der Kohärenz bei der Barrierefreiheit. Es werden Gesetze erlassen werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wir haben eine Ausschreibung für Accessible EU und wir haben vor, bis Ende des Jahres den Vertrag zu unterschreiben. Wir teilen viele der Ziele, die Sie in Ihrem Bericht genannt haben. Accessible EU wird dazu beitragen, dass die Barrierefreiheit auf unterschiedliche Art und Weise gefördert wird, über Networking, über Bewusstseinsbildung, über Kapazitätenaufbau, Schulungen und gegenseitiges Lernen. Accessible EU wird die Umsetzung der EU-Barrierefreiheitsrechtsetzung begleiten, wird die beteiligten Kreise miteinander verbunden, wird eine einheitliche Anlaufstelle werden zum Austausch von Informationen, wird professionelle Ausbilden. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass wir dort eng mit den Mittlerstaaten, den Organisationen, den Vertretern der Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten werden. Und wir möchten weiterhin auch mit Ihnen daran arbeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Als nächster Redner kommt jetzt als Vertreter der EVP Herr Demejo. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, ich möchte der Berichterstatterin herzlich danken für die geleistete Arbeit. Es ist gelungen, eine Synthese zu finden, einen ausgewogenen Text. Es geht natürlich um eine Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und wir brauchen jetzt diesen Ansatz, um die Strategie umzusetzen und zu überwachen und die einzelnen Mitgliedsländerstrategien zu koordinieren. Denn da gibt es doch wirklich sehr viele Unterschiede bei der Umsetzung der Rechte auf Barrierefreiheit. Es soll eine tatsächliche Kultur der Chancengleichheit geführt werden, der Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, auch am Alltagsleben. Und es ist wirklich gut, dass jetzt auch die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen besonders betont wird. Auch der Zugang zu neuen Technologien und die Zusammenarbeit in allen Kreisen, nicht nur mit den Nichtregierungsorganisationen, auch mit den Unternehmen. Und da muss natürlich auch Bewusstseinsbildung erfolgen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Da gibt es auch immer noch viele Vorurteile. Oder sie werden einfach vergessen, gerade wenn es um die Arbeitswelt geht. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Gebietskörperschaften da auch die Rechte mit berücksichtigen und eine Analysearbeit durchführen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Zentrum wirklich dazu beitragen wird, dass die Länder ihre Ansätze koordinieren, besser koordinieren werden. Und dass damit die Bedingungen für die Barrierefreiheit doch verbessert werden. Damit physikalische und kulturelle Hürden überwunden werden. Danke schön, Herr Demeo. Für die S&D, Frau Penkova, Sie haben das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Vielen Dank. Zunächstes, die Rechte der Menschen mit Behinderung zu schützen. Wir müssen ihnen eine bessere Lebensqualität bieten und eine Barrierefreiheit bei Waren und Dienstleistungen. Fünf Schlüsselprioritäten für die S&D und das Parlament sind ein großer Teil dieses Berichtes. Zunächst einmal muss man eine aktive Teilhabe aller Stakeholder haben. Dann adäquate Finanzierung und Humanressourcen, um sicherzustellen, dass das Zentrum gut funktioniert. Dann drittens ein nationales Accessibility Hub einrichten. Und dann viertens weitere Umsetzung und Weiterentwicklung von aktueller Politik. Und das muss ich unterstreichen, denn es gibt viele Initiativen. Das hat die Berichterstatterin auch schon erwähnt. Aber sie sind nicht entsprechend umgesetzt. Und dann fünftens eine eventuelle Einrichtung einer Agentur. Wir möchten ein starkes Accessible EU-Zentrum, damit die Lücken auch überbrückt werden können in der aktuellen Barrierefreiheitsgesetzgebung. Das Accessible EU-Zentrum ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Kohärenz in der Barrierefreiheitspolitik zu verstärken, damit wir ein inklusiveres Europa haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Penkova. Als nächstes für die Renew-Fraktion Dieter Kharantsofer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Frau Kommissarin. Sie haben zwei dieser Barrieren zu einer inklusiven Gesellschaft heraus. Einmal Zugang zu Informationen für Menschen mit Behinderungen, diese Bürger, und auch die Umsetzung der Anforderungen für die Barrierefreiheit. Die EU-Rechtssitzung hat viele nützliche, gute Dinge vorgeschrieben für die Mitgliedstaaten und Unternehmen, um den unterschiedlichen Bedarf zu berücksichtigen. Aber wenn die Bürger nicht leicht Zugang zu Informationen haben, zu den Rechten, wie können sie diese Rechte dann ausüben? Wie können unsere Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte ausüben, wenn die Gesetze nicht voll umgesetzt werden? In diesem Bericht rufen wir die Mitgliedstaaten dazu auf, nationale Barrierefreiheitszentren, Hubs einzurichten und die Kommission dazu, ein Barrierefreiheitszentrum einzurichten. Dafür werden notwendige Mittel bereitgestellt werden müssen und Personal, damit es funktionieren kann. Renew unterstützt diese Maßnahmen. Um die Lücken und die Inkohärenzen in der gegenwärtigen Gesetzeslage zu überbrücken, wird es nicht leicht sein, zu einem Ergebnis zu kommen, aber es ist von ungeheurer Bedeutung. Wir brauchen den politischen Willen dazu, und ich kann Ihnen bekräftigen, dass es den politischen Willen dazu im Europäischen Parlament gibt. Europäische Menschen mit Behinderungen sind nichts anderes als wir. Sie sind ein Teil von uns, und Sie haben ein Recht darauf, Ihr Leben zum vollen Potenzial hin auszuschöpfen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Unsere Fraktion kann stolz auf Deine Arbeit sein, die Du Tag für Tag im Kampf für mehr Inklusion und Barrierefreiheit in Europa leistest. Ein EU-Zentrum für Barrierefreiheit, das war längst hinfällig. Denn ich kenne leider kein Land, nicht mal eine EU-Institution, in der es für Menschen mit Behinderungen keine Barrieren mehr gibt, die ihnen das Leben erschweren oder sie sogar ausgrenzen. Es müssen deswegen in der Tat schnell konkrete und radikale Veränderungen unternommen werden, wenn wir dem Versprechen einer inklusiveren EU gerecht werden wollen. Und wir wollen. Schöne Worte und gut klingende Strategien reichen nicht aus. Danke. Gietersprach, Kollege Metz. Vielen Dank, Frau Metz. Jetzt im Namen der ID-Fraktion Frau Basso. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament wird ja immer wieder über den Bienenmarkt gesprochen, über Chancengleichheit und dass es eine Union sein soll für alle Bürgerinnen und Bürger. Aber häufig sind das ja nur leere Worte. Gerade die schwächsten Bürger, die, die von Behinderungen betroffen sind, die brauchen doch mehr Unterstützung. Die brauchen wirklich die Tatsache, dass sie im Zentrum des Geschehens im Europäischen Parlament stehen. Es gab immer wieder Ansätze für Standards, aber leider hat man nicht ausreichend getan. Und Menschen mit Behinderungen, die befinden sich hier in einer anderen Welt quasi. Ihr Leben wird nicht erleichtert. Sie werden häufig sogar benachteiligt. Und deswegen begrüße ich es mit Nachdruck, was die Berichterstatterin geleistet hat. Unsere Fraktionen liegen wirklich politisch sehr weit auseinander. Aber in derartigen Themen, da herrscht Einklang. Und da unterstütze ich auch das Europäische Parlament und die Bürgerinnen und Bürger, die eben wirklich mehr Fürsprecher brauchen, die tatsächlich Teil unserer Union sein wollen, ohne Diskriminierung und Benachteiligung. Und gerade im Flughafen, da habe ich noch jemanden getroffen im Rollstuhl. Und die konnte jetzt auch keine Hilfe mehr bekommen. Und sie sagt, sie sei manchmal davon überzeugt, sie sei schier unsichtbar. Und niemand wird sie wahrnehmen. Aber bitte, wir sollten unser politisches Amt auch einsetzen, um das Leben von Bürgerinnen und Bürgern mit Beeinträchtigungen zu verbessern. Es ist nicht immer einfach, aber es freut mich wirklich, dass wir jetzt in eine neue Phase in Europa eintreten. Und das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger jetzt wirklich zu den Prioritäten gemacht wird. Überschreiten wir damit die ideologischen Barrieren. In 2022 ist es doch gar nicht mehr akzeptabel, dass jemand sagt, ich fühle mich manchmal schier unsichtbar. Danke schön. Als nächstes für die EKR, Herr Bielan. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, die Europäische Union hat eine progressive Strategie aufgebaut für die Rechte von europäischen Bürgern mit Behinderungen in den letzten Jahrzehnten. Aber Menschen mit Behinderungen treffen immer noch auf Hindernisse beim Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit oder Sport. Es ist klar, dass die Pandemie unverhältnismäßig Menschen mit Behinderungen betroffen hat, wirtschaftlich und auch sozial gesehen. Sie waren häufiger betroffen als andere davon, wenn man keinen Zugang oder sie hatten weniger Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen oder zum Arbeitsmarkt sowie Bildung. Deshalb unterstütze ich die Schaffung des Accessible EU-Zentrums sowie auch den Abschlussbericht, der heute abgestimmt wird. Da wird die wichtige Arbeit berücksichtigt, die in den letzten Jahren geleistet wurde zur Barrierefreiheit auf dem Binnenmarkt. Ich begrüße den Ansatz, wo das Zentrum als Hub agiert für die Expertise und beste Praktiken zwischen den nationalen Behörden. Ich glaube auch, dass die Kontrolle des Zentrums und der Aktivitäten gemeinsam von den nationalen Behörden ausgeführt werden sollte, um eine maximale Effizienz dieses wichtigen Stücks der europäischen Strategie für Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Und wir sollten auch das Mandat ausweiten in Form einer Agentur, damit auch die Ziele erreicht werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bielan. Als nächstes auf der Rednerliste haben wir die Linke. Frau Anne-Sophie Pelletje. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich danke Katrin für diesen ehrgeizigen und so wichtigen Text für Menschen mit Behinderungen. Denn endlich wird das tagtägliche Leben von 87 Millionen Personen in Europa verbessert besseres Wissen, bessere Expertise zum Handikap. Das ist wichtig, gerade bei der Barriere-Freiheit. Und nur so können wir Gleichheit erreichen. Ich begrüße die Tatsache, dass meine Vorschläge im Text erscheinen, nämlich dass wir ausreichend Personal und Finanzen brauchen und dass wir den Menschen mit Behinderungen helfen können über das Personal in diesem Zentrum, um die Rolle auch gegenüber den Mitgliedstaaten zu stützen. Es ist wichtig, dass man eben auch Barrierefreiheit bei der Sprache hat. Und da müssen wir selbst auch exemplarisch sein. Wo findet man das jetzt, das leichte Lesen für dieses Parlament, zum Beispiel einfache Sprache, leichte Sprache? Und wie kann es sein, dass wir hier im Plenum reden und dass es dann erleichtert wird für diese Menschen? Das gibt es gar nicht. Und es muss überall aber gelten. Es muss Normen geben, die überall schon in der Konzeption erscheinen, schon beim Verkehr, beim Binnenmarktsregeln, bei den Umweltrisiken. Überall, alles muss zugänglich sein. Man muss nämlich autonom agieren können. Und das ist wichtig in diesem Bericht. Über diese Fragen wird man natürlich sprechen müssen mit den Betroffenen, die selbst Behinderungen haben. Und dann auch in der Politik auf europäischer und auf nationaler Ebene. Denn unsere Werte müssen eingeschrieben werden in eine Gesellschaft der Gleichheit, die die Grundrechte der europäischen Bürger achtet. Ich kann nur wiederholen. Menschen mit Behinderungen sind Bürger, die Rechte haben. Und wir dürfen diese niemals vergessen. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, Zugriff auf unsere Texte zu haben, auf das, was wir sagen. Und sie brauchen ihre eigene Autonomie in ihrem tagtäglichen Leben. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Pelletier. Danke schön, Frau Pelletier. Für die Fraktionslosen jetzt Herr Koscher. Barrierefreiheit wird allgemein nur als physisches oder digitales Umfeld verstanden. Aber die Definition und der Inhalte können je nach Behinderung abweichen. Für Gehörlose zum Beispiel gibt es eine sprachliche und kulturelle Identität. Und daraus ergibt sich, dass Barrierefreiheit bedeutet, dass man in der nationalen Gebärdensprache Zugang zu den entsprechenden Informationen haben sollte. Das Accessible-EU-Center muss klarstellen, dass Barrierefreiheit hinausgeht über die Dienstleistungen und die physische sowie die digitale Welt. Und das ist wirklich eine wichtige Frage. Das Zentrum muss die Mitgliedstaaten unterstützen und muss auch die nationalen sowie die europäischen Organe miteinander verbinden. Ganz besonders mit Verbänden, die Menschen mit Behinderung repräsentieren. Damit auch das Interesse der Menschen mit Behinderung berücksichtigt wird. Und das für jede Gruppe von Menschen mit Behinderung. Vielen Dank, Herr Kuscher. Jetzt erhält Herr Schwab das Wort. Bitte sehr. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem heutigen Beschluss zur Einrichtung eines Zentrums Accessible-EU machen wir für den Binnenmarkt einen Schritt, den vielleicht manche gar nicht so sehr erwartet haben. Weil wir eben der Tatsache Rechnung tragen wollen, dass dieser gemeinsame Lebensraum, dieser gemeinsame Markt nur gemeinsam genutzt werden kann, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte und auch die gleichen Chancen bekommen. Denn Barrierefreiheit ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern auch Mittel zum Zweck. Es ist richtig und wichtig, dass es uns gelingt, durch barrierefreien Zugang, vor allem in den Bereichen, die heute für den Alltag von überragender Bedeutung sind, tatsächlich allen Europäerinnen und Europäern die gleichen Chancen einzuräumen. Und das ist in manchen Mitgliedstaaten schwerer als in anderen. Und deswegen ist es gut, dass mit dem Zentrum Accessible-EU jetzt ein Austausch ermöglicht wird, eine gemeinsame Zusammenarbeit unter einem Dach, das sicherstellt, dass die besten Ideen sich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbreiten. Und wir sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger den adäquaten Zugang finden. Dazu muss dieses Zentrum nun ausreichend ausgestattet werden. Und die Mitgliedstaaten und die betroffenen Unternehmen müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende davon auch Gebrauch machen können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schwab. Jetzt Herr Miller, bitte. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die europäischen Bürger mit Behinderungen, die haben es mit ganz vielen Rechtsvorschriften zu tun, die natürlich dabei helfen wollen, am Alltag teilzunehmen, ohne allzu viel Hürden. Aber sie stoßen immer wieder auf Barrieren. Und jetzt geht es darum, dass die Barrierefreiheit für Menschen erleichtert wird, verbessert wird, damit sie wirklich am Alltag, am Wirtschaftsgeschehen teilnehmen können. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Europäische Kommission dann die notwendigen Ressourcen bietet, damit dieses Zentrum Accessible EU ordentlich funktionieren kann. Da braucht es Unterstützung von Seiten der EU für Schulung und für eine Umsetzung der Accessibility-Politik. Da wird es nach fünf Jahren auch eine Revision geben. Und dann werden möglicherweise, also soweit notwendig, Änderungen vorgenommen werden am Funktionieren dieses Zentrums. Und ich freue mich wirklich, dass wir damit das Leben der Menschen mit Behinderung in der Europäischen Union verbessern können. Danke schön, Herr Müller. Danke schön, Herr Müller. Als nächstes Herr Botosch. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, Frau Kommissarin. Liebe Kollegen, in der EU leben viele Menschen mit Behinderung. Also in meinem Land allein sind es etwa 800.000. Also sie haben wirklich großartige Kapazitäten und sie können auch zum Fortschritt der Gesellschaft beitragen. Also einige sind Politiker, einige Professoren, andere Sportler und einige auch erfolgreiche Unternehmer. Viele sind wirklich auch ein Vorbild für die Resilienz. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass der Binnenmarkt auch für sie offen sein sollte. Die Barrierefreiheit sollte gegeben sein und dass auch sie die Privilegien genießen können, die wir hier alle genießen. Ein Zentrum für Barrierefreiheit wird wirklich eine große Unterstützung sein, damit auch alles, was alles barrierefrei möglich ist. Es ist wirklich absolut notwendig, dass Informationen zugänglich sind und dass die Leute auch dazu ermutigt werden, sich an dieses Zentrum zu wenden, egal wo sie sich befinden in der EU. Vielen Dank, Herr Bortos. Nächste Rednerin, Frau Huchtasari. Verehrte Präsidentin, in Finnland gibt es einen Ausspruch. Man sagt, niemand ist je davor geschützt, krank oder behindert zu werden. Denn einige Menschen haben Einschränkungen hinzunehmen in ihrem Leben. Und es liegt in der Verantwortung, einer zivilsilten Gesellschaft zu gewährleisten, dass alle aufgefangen werden in ihrer Krankheit und mit ihren Behinderungen. Und dass sie die Möglichkeit haben, ihr Leben voll auszuschöpfen. In der EU gibt es diese Gewohnheit, ganz gleich, was es ist. Da wollen wir zu irgendwelchen Lösungen kommen, die aber nicht immer gut funktionieren. Man versteht es schon. Denn es soll ja hier einen EU-Bund sozusagen geben mit einer starken Zentrale, damit wir wissen, welches die Lösung, aber in welchem Land das die beste ist. Das ist doch etwas, das dann unterschiedlichen Staaten angeboten werden sollte. Wenn wir EU-Gesetzgebung erlassen, dann wollen wir immer neue Behörden schaffen mit neuen Positionen, neuen Ausgaben. Ein Beispiel dafür ist genau dieses Accessible EU-Zentrum. Damit werden dann eben weitere Verwaltungslasten geschaffen. Das ist zwar eine wunderbare Idee, aber brauchen wir wirklich neue Organisationen, neue Strukturen, neue Sekretariate und so weiter. Ich denke, das wird das Leben von niemandem verbessern. Es ist einfach nur eine neue Ausgabe. In Finnland entwickeln wir diese Thematik. Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserung. Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, dass wir beste Verfahrensweisen austauschen, bewerte Praktiken und dass dann die Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob das eine Möglichkeit ist, die auch gut bei uns funktionieren könnte, ob das eine Innovation ist, die sinnvoll für uns in unserem Land ist. Ich glaube nicht, dass eine starke Verwaltung an dieser Stelle eine Lösung sein könnte. Die EU bedeutet mehr Bürokratie, nicht Demokratie. Denn wenn wir der Demokratie vertrauen, dann vertrauen wir auch darauf, dass die Nationalstaaten diejenigen sind, die die Menschen mit Behinderungen in ihrem Land am besten unterstützen. Vielen Dank, Frau Hutasari. Und jetzt Herr Bourgeois, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin. Menschen mit Behinderungen, die gehören in unsere Gesellschaft nicht irgendwie an den Rand. Die stehen nicht an der Seitenlinie, nein, die stehen mitten im Mittelpunkt. Genau wie alle anderen auch, damit sie eben teilnehmen können am wirtschaftlichen und sozialen sowie kulturellen Leben. Und die wollen nicht irgendwie mit der Fürsorge und Pflege von anderen da überlastet werden. Nein, sie wollen sich voll entfalten können. Aber leider stoßen sie auf allzu viele Hürden. Es ist häufig so, dass in vielen Mitgliedsländern Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen können. Und Menschen mit See- oder Hörstörungen haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden oder den zu behalten. Und Menschen mit Einschränkungen, die müssen teilweise wirklich umziehen in einen anderen Ort, um einen geeigneten Wohnraum zu finden. Aber das muss sich echt ändern. Da muss man eine Kehrtwende machen. Das muss echt anders gestaltet werden. Und deswegen, Frau Kommissarin, machen wir diesen Vorschlag, dass eben dieses Accessibility-Zentrum eingerichtet wird. Das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Da wird Know-how gesammelt, Know-how weitergegeben, gelenkt, Stimulanzen gegeben für die Mitgliedsländer, damit die barrierefreie Politik durchführen. Danke schön, Herr Bourgeois. Herr Stefanik als nächstes. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich begrüße diesen Bericht, der 87 Millionen Einwohnern der Europäischen Union helfen soll. Und zwar die alltäglichen Hindernisse zu überwinden, die für uns gesunde Menschen eine Selbstverständlichkeit sind. Das Accessible EU-Zentrum wird die schwierige Aufgabe haben, die Experten aus der Praxis zu mobilisieren und sie mit den verschiedenen nationalen Behörden zu vernetzen, die für die Umsetzung der europäischen Barrierefreiheitspolitik zuständig sind. Oft handelt es sich jedoch nicht nur um Mangel an Fachwissen, sondern auch um Mangel an politischen Willen, der es schwierig macht, die Probleme dieser Menschen anzugehen. Eine Behinderung schmälert jedoch nicht den Wert eines Menschen. Ganz und gar nicht. Unser Ziel muss es sein, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern und die Möglichkeit ihrer vollen Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten. Deshalb freue ich mich, dass sich der Bericht auch mit den Arbeitsmarktbedingungen befasst und den Bericht erwähnt über die digitale Dekade, an dem ich mitgearbeitet habe. Neue Technologien können ein großartiges Instrument sein und eine Hilfe für die Beschäftigung dieser Personengruppe. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns Menschen mit Behinderungen helfen, Chancengleichheit zu erreichen. Ich möchte auch die nationalen Behörden ermutigen, sich aktiv einzubringen, denn ohne dies wird dies nicht möglich sein. Ich bin gerne bereit, den Umsetzungsprozess auf allen Ebenen zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stefanik. Jetzt haben wir Herrn Benifei. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Kommissarin Dalli. In den letzten Jahren hat die Europäische Union versucht, sehr viel zu investieren, um neue Gesetze zu erlassen, gute Verfahrensweisen und ein barrierefreies System. Alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihren Behinderungen, sollten in der Lage sein, ihr Leben zu leben, auch ihre persönlichen Kontakte mit größtmöglicher Freiheit zu leben. Das betrifft Transport, Verkehr, Arbeitsplätze, Cityweb, ein entsprechendes Umfeld. Alles muss entsprechend geschaffen werden. Leider sind die Verbesserungen oder Bemühungen bisher noch nicht ausreichend gewesen. Es fehlen noch Maßnahmen. Es fehlt ein einheitlicher Ansatz in Richtung auf öffentliche und private Projekte. Die Einrichtung von Accessible EU als EU-Zentrum ist ein Schritt in die richtige Richtung, in Richtung der strategie, der europäischen Strategie für Menschen mit Behinderungen. Forschung, Expertise, Wissen wird dort ausgetauscht. Das ist sehr gut für die nationalen Staaten, aber man braucht auch noch Anleitungen für technische Aspekte. Gehen wir weiter in Richtung Inklusion. Danke. Vielen Dank an Herrn Benifei. Nächste Rednerin, Frau Ciccardi, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In diesem Bericht über die Barrierefreiheit stecken ja wirklich sehr viele schöne Worte drin. Rechte, Respekt, Bürgerschaft, aber Worte, da müssen auch wirklich Taten folgen. Und in Europa muss es ja wirklich für alle eine Zugänglichkeit geben. Aber ich möchte von einer direkten Geschichte berichten. Michaela, das ist jemand aus Florenz. Sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist sehr intelligent und sie hat da immer wieder danach gesucht, aber sie hat keine Wohnung gefunden in Brüssel. Und das Parlament konnte ihr auch nicht helfen. Und sie wollte da einfach nur ein Praktikum machen, so wie viele Gleichaltrige. Und kann jetzt aber das Praktikum nicht machen. Und sie kann natürlich jetzt diese schönen Worte hier lesen und sich damit trösten. Ich habe der Parlamentspräsidentin, Frau Metzola, mit einem Schreiben darüber berichtet. Wir versuchen natürlich seit Langem, den Menschen mit Behinderungen und ihren Familien wirklich zu helfen, damit die würdevoll helfen können und damit die jahrsächliche Unterstützung der europäischen Institutionen erfahren. Danke schön, Frau Cikardi. Als nächstes Frau Mazurek, bitte. Meine Damen und Herren, dieser Bericht wird direkte Einwirkungen haben auf viele Menschen in der EU, die unterschiedliche Niveaus an Behinderungen haben. Und es sollte wirklich ein wichtiger Bericht für uns alle sein. Es geht darum, wirklich am politischen, wirtschaftlichen, sozialen Leben teilzunehmen. Das ist ein Recht für jeden Bürger. Und das Parlament sollte auch die Informationen verbessern, die bereitgestellt werden, was die Umsetzung der Barrierefreiheitspolitik angeht, so wie auch was die Expertise angeht. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass die gesamte Bereiche der Barrierefreiheit, dass es da noch vieles zu tun gibt. Dieses Zentrum sollte ein Raum für Dialoge sein mit Menschen mit Behinderungen, denn sie sind ja diejenigen, die die Probleme erfahren und mit diesen umgehen müssen. Es sollte auch Expertise bereitgestellt werden für EU- und nationale Behörden. Und sie sollten inspiriert werden, die guten Lösungen aus anderen Mitgliedstaaten umzusetzen. Es sollte aber nicht unbedingt zu einer Agentur gemacht werden. Wir müssen uns wirklich auf die Bedürfnisse konzentrieren, statt neue Organe zu schaffen. Vielen Dank, Frau Mazurek. Jetzt Herr Kelly, bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, etwa 90 Millionen Menschen in der EU haben eine Art Behinderung. 50 Prozent dieser Menschen haben Arbeit und 75 Prozent im Vergleich zu 75 Prozent ohne. Es wurden zwar bereits Fortschritte erzielt für Menschen mit Behinderungen, aber häufig ist es so, dass diese Bürgerinnen und Bürger immer noch erhebliche Schwierigkeiten haben, voll teilzunehmen an dem Gemeinschaftsleben. Wir brauchen ein inklusiveres, gerechteres Europa, einschließlich Beschäftigung und Rechten für Menschen mit Behinderungen. Die Mitgliedstaaten sind hier schon lange zu langsam gewesen. Es gibt jetzt ein neues EU-Zentrum für Barrierefreiheit und damit werden wir hoffentlich dann ein effizientes Werkzeug haben, um die Barrierefreiheit in der EU zu verbessern. Ich rufe die Kommission dazu auf, adäquate Finanz- und Humanressourcen bereitzustellen, damit dieses Zentrum ordentlich funktionieren kann. Machen wir aus der Welt einen inklusiveren Ort. Wir müssen den Lebensstandard der europäischen Bürger anheben, vor allem derer, die bisher unterrepräsentiert sind. Und schließlich zur Social Farming Initiative in meinem Wahlkreis. Die Farmer dort, die gehen beispielhaft voran, indem sie Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. Derartige Initiativen sollten ermutigt werden und EU-weit auch nachgemacht werden. Und überall sollten wir uns menschlich engagieren. Danke. Danke schön. Als nächstes Frau González. Danke schön, Frau Kommissarin. Im nächsten Jahr geht es ja um die Konvention für Menschen mit Behinderung. Und die EU muss dann auch diese Konvention berücksichtigen. Und dieses Zentrum, das ist wirklich der Arbeit von Katrin zu verdanken in diesem Bericht. Es geht jetzt wirklich um ein physisches Zentrum für die Barrierefreiheit. Wir haben hier das Ziel, auch tatsächlich eine Agentur für die Barrierefreiheit zu haben. Wir möchten, dass die Kommission so schnell wie möglich diese Frage auch aufgreift. Also, wie bereits gesagt, in diesem Sektor nichts über uns ohne uns. Also es kann ja nicht ohne die Menschen mit Behinderung gehen. Und wir möchten auch, dass die entsprechende Finanzierung gewährleistet wird, damit die Ziele erreicht werden und dann tatsächlich auch so schnell wie möglich eine echte Agentur eingerichtet wird. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Kommissarin, in verschiedenen Entschließungen und Berichten haben wir seit langem erklärt, dass die Barrierefreiheit für die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen von wesentlicher Bedeutung ist. Wir haben dieses Konzept in einer Reihe von Rechtsakten umgesetzt, darunter die Richtlinie über die Barrierefreiheit von Waren und Dienstleistungen. Die Umsetzung der Rechtschreibung ist nicht immer effizienter und fristgerechter. Und Menschen mit Behinderungen finden oft Hindernisse in alltäglichem Leben. Wir haben nicht genaue Daten und uns fehlt auch am Willen, die Lösungen zum Pferden zu finden. Deshalb begrüße ich die Einrichtung dieses Zentrums. Es schafft Raum für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit Fachleuten und mit Menschen mit Behinderungen. Es wird zu dem Ausstatt von bewährten Praktiken beitragen. Die Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben für die mehr als 87 Millionen Menschen mit Behinderungen. Vielen Dank an Frau Lexmann. Als nächster Redner Herr Angel, jetzt bitte. 87 Millionen Bürgerinnen und Bürger leiden an einer gewissen Form der Behinderung. Und sie stoßen immer noch auf viele Barrieren, wenn es um die Zugänglichkeit geht von vielen Lebensbereichen. Und Barrierefreiheit ist wirklich eine wichtige Vorbedingung, damit die Menschenrechte, die Grundfreiheiten genossen werden können. Und deswegen muss die Europäische Union daran interessiert sein, alle Lücken und Inkonsistenzen ausfindig zu machen in den heutigen Rechtsvorschriften und Standards, damit eine Barrierefreiheit für alle gewährt werden kann. Und daher erfreut es mich auch, dass die Kommission damit eine Initiative aufwarten wird, um die Mobilität von Personen von Behinderungen im Binnenmarkt zu fördern. Dass jetzt Accessible EU dieses Zentrum ins Leben gerufen wird, das ist ein richtiger Schritt. Das geht in die richtige Richtung. Aber es muss auch sichergestellt werden, dass alle Mitgliedsländer ganz korrekt die schon bestehenden Rechtsvorschriften und auch die zukünftigen Rechtsvorschriften umsetzen werden, damit eine zukünftige weitere Fragmentierung im Binnenmarkt verhindert werden kann. Und damit wir das Ziel erreichen, braucht man angemessene Finanzierung, müssen auch die humanen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die man braucht, und muss es auch nationale Hubs geben für die Barrierefreiheit. Aber wir können jetzt stolz sein auf dieses Parlament. In vielen Bereichen ist es gelungen, hier die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Angèle. Jetzt als letzter Redner Herr Bachquist, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werte Abgeordneten, ich möchte mich ganz herzlich bei der Berichterstatterin bedanken für diesen so wichtigen Bericht. Eine Gesellschaft, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt, auch diejenigen, der mit Behinderung ist, eine bessere Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft für alle. Und daher ist dieses Zentrum auch so außerordentlich wichtig, dass eben diese Fragen ins Rampenlicht gerückt werden können. Aber das darf nicht irgendwie eine Insel werden. Da muss es nicht nur so um Probleme gehen. Da müssen alle integriert werden. Das soll der Ansatz sein. Der Humanismus einer Gesellschaft wird dadurch gekennzeichnet, dass man wirklich an alle denkt. Auch an die, die am Bedürftigsten sind. Und daher ist das so wichtig. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir schnell agieren, müssen wir mit gutem Vorbild vorangehen. Und das Europäische Parlament sollte in der eigenen Arbeit auch deutlicher machen, dass wir die Verantwortung schultern und dass wir am weitesten denken und dass wir hier auch Barrierefreiheit bieten. Vielen Dank. Danke, Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege Bergquist. Jetzt kommt das Catch-the-Eye-Verfahren. Als Erster Rosa Ferragrota. Danke schön, Frau Präsidentin. Ein Teil des Parlaments hat ja ein Ökosystem unterstützt für die Barrierefreiheit. Und danach hatten wir dann die Strategie für die Barrierefreiheit, was ja auch dieses Zentrum für Barrierefreiheit beinhaltet. Das ist ein weiterer Schritt hin zur Inklusion und hin zu den Werten der EU, was die Gleichbehandlung angeht. Also momentan haben wir noch keine Harmonisierung der Normen. Und deshalb brauchen wir eine entsprechende Kohärenz. Wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, dann sprechen wir auch von Gleichstellung, von Gleichbehandlung. Aber nicht nur im digitalen oder im Verkehrsbereich, sondern auch auf allen Ebenen in der Bildung, bei der Arbeit, bei der Gesundheit, in allen Bereichen des Lebens. Es ist sehr wichtig, auch die Werte zu respektieren, die wir immer predigen. Und es ist wirklich auch historisch, dass dieses Zentrum eingerichtet wird, dass es wirklich einen Dialog gibt, dass es Gleichheit geben soll und dass es auch um die Menschenrechte geht. Danke. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kollegen, wir sprechen von fast 90 Millionen Menschen in der EU, die mehr oder kleinere oder größere Behinderungen haben. Also wir brauchen hier praktische Lösungen. Natürlich haben wir schon die Strategie seit 2013, aber die Menschen brauchen Fakten. Also ich repräsentiere hier auch mein Land im Parlament und viele in meinem Land verstehen nicht, dass wir ständig nur sprechen, aber nicht agieren. Also manchmal gibt es nicht die entsprechenden Ressourcen, humaner oder finanzieller Natur, um die Dinge auch umzusetzen. Und deshalb möchte ich die Berichterstatterin beglückwünschen zu dem, was sie hier vorgestellt hat. Wir müssen alle wirklich Konkreteres vorschlagen. Also wir brauchen auch etwas mehr Empathie. Ich habe in Straßburg gesehen, dass hier jemand umgefahren wurde, hier in Straßburg von einem Elektrofahrrad. Jemand, der einen Blindenstock an der Hand hatte. Also wir müssen wirklich diesen Menschen helfen und vor allem die Vereinigungen wissen genau, was diese Menschen brauchen. Und also in meinem Land arbeite ich mit solchen Vereinigungen auch zusammen. Aber wir brauchen eine Kohärenz in der ganzen EU. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Grappini. Damit erteile ich Kommissarin Dalli das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werte Abgeordnete, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre guten Empfehlungen. Wir sind natürlich mit vielen dieser Punkten auch einverstanden. Und ich glaube, wir sind auch in der Lage, viele dieser Empfehlungen zu berücksichtigen, wenn wir diese Accessible EU-Initiative gestalten. Im nächsten Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Einführung dieser Initiative. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Accessible EU dazu beitragen wird, dass Europa Barrierefreiheit und Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung erleichtern wird. Aber trotz all dem gibt es immer noch sehr viel zu tun. Es gibt immer noch Barrieren für Menschen mit Behinderungen, die sie tatsächlich daran behindern, vollumfänglich an der Gesellschaft teilzunehmen. Das haben wir jetzt hier auch in vielen Beispielen gehört. Im Bereich des Arbeitslebens zum Beispiel. Da gibt es so vieles, was noch zu leisten ist. Und ich kann nur sagen, es wird keine EU der Chancengleichheit geben können, die, die wir uns ja wünschen, bis nicht der letzte Fall geklärt ist von Menschen mit Behinderungen, die noch an Barrieren leiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Zum Abschluss jetzt die Berichterstatterin Langen-Sieben. Kolleginnen und Kollegen, für diese warmen, wertschätzenden und auch richtigstellenden Worte. The future is accessible, the present not the. Zukunft wird hoffentlich Barrierefrei, weil die Gegenwart ist es nicht. Noch immer ist es so, dass behinderte Menschen sich dafür rechtfertigen müssen, wenn sie ihre Rechte einklagen. Was wollt ihr denn noch, hört man in Parlamenten, im öffentlichen Raum. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist keine Wunschliste. Es ist ein Menschenrecht. Bei Inklusion sprechen wir nicht über einen lustigen Kindergeburtstag, wo alle mal ganz bunt und vielfältig zusammenkommen. Diversity ist nicht irgendwas Lustiges, irgendwas, ach, ich habe ja auch einen schwulen Freund, aber ansonsten interessieren mich die Rechte von queren Personen eigentlich gar nicht. Und ja, ich habe mal in einer Einrichtung gearbeitet und die Menschen mit Behinderung, die waren so inspirierend. Ich fand es toll. Das nennt man Abelismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir in der Europäischen Union uns gegen Rassismus stellen, gegen Antisemitismus, dann müssen wir uns auch gegen Abelismus stellen, Behindertenfeindlichkeit. The future is accessible, the present not. Ich hoffe, dass wir, wenn wir konkret handeln wollen, hier auch eine Barrierefreiheitsagentur schaffen. Es muss sichtbar sein. Unsere Rechte müssen sichtbar gemacht werden. Und da muss man auch Kohle für investieren. Ganz klar, ansonsten sind es Lippenbekenntnisse. Die Kommission hat im Sommer, als wir fast alle im Urlaub waren, ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet gegen fast alle europäischen Mitgliedstaaten, weil sie nicht berichtet haben, wie der Stand in Sachen Barrierefreiheit war. Naja, ich kann mal böse sagen, da wo nichts umgesetzt ist, da kann man ja auch nichts berichten. Es ist eine Schande, dass es auch immer noch der Fall ist, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie, die fünfte, immer noch im Rat blockiert wird. Was lange währt, wird endlich schlecht, glauben sich vielleicht die einen oder anderen. Zeigt mir, ich komme zum Schluss, wie wichtig dieses Accessible Youth Center ist, bis hin zu einer Agentur. Und dafür werden wir alle gemeinsam kämpfen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank an die Berichterstatterin und Glückwunsch an Katrin Langensiepen. Damit ist die Diskussion zu Ende und wir werden heute darüber abstimmen. Die Sitzung wird unterbrochen und wir machen dann mit der Abstimmung weiter. Bis dann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.